Tele-Stammtisch Da ist noch nicht alles dabei, da kommen noch Sachen nachträglich. Machen wir es kurz. Hier im Juni und im Juli, vermutlich noch im August, werdet ihr mit vor allem Interviews vom Salon zugeballert. Da sind so viele Sachen dabei. Selbst wenn ich einen richtig guten Run hätte, also das kriegen wir selbst bei zwei Ausgaben im Monat nicht vernünftig unter. Und insofern freue ich mich auf jede Menge hochkarätige Inhalte. Das sind zu 90% vor allem erstmal Interviews. Aber auch wirklich mit Stars und Sternchen der Szene, mit Indie-KünstlerInnen, mit Menschen, die vielleicht eher so Fan sind und selbst gar nicht so die Comics produzieren. Ja und dann aber auch eben Leuten, die einfach gerne mal eine Runde mit mir reden wollten. Haben wir gemacht, haben wir aufgezeichnet und kommt hier in den nächsten Monaten für euch auf die Ohren. In kleinen aber feinen Häppchen werde ich das releasen. Wie das im Detail aussehen würde, weiß ich noch gar nicht so genau. Kriegen wir aber hin. Und dann habt ihr jetzt hier diesen epischen Moment, wo ihr auch noch einen Crossover auf die Ohren bekommt. Denn wir haben es geschafft, uns beim Internationalen Comicsalon Erlangen erneut zu einem Comic-Podcast-Treffen zu treffen. Voll gut haben wir gemacht, hat eine Menge Spaß. Denn ihr wisst, hier war es beim Salon letztes Jahr sowieso unmöglich, also vorletztes Jahr so rum. Und es ist schon so, dass wir beim Comicsalon uns eigentlich immer zusammentun. Früher noch bei den Cookies, der Steffen Liebschen hat das viel organisiert und so, gab es immer so diese große Zusammenkunft. Und hey, inzwischen ist die Sache mit dem Internet ein bisschen entspannter und deshalb haben wir uns getroffen. Das war in dem Fall Sandra vom Comic-Klatsch, der Andi vom Power-Comics-Podcast, dann Andi von den Comic-Cookies und Toni und Flo von Gikiriki. Die liebe Lara hat es kurzfristig dann doch nicht mit geschafft zum Treffen, aber sei an der Stelle nochmal ganz lieb gegrüßt. Kurzum, wir saßen zu sechs in einer Runde und haben über Comics und vor allem über den Salon gesprochen viel eher. Da müsst ihr mal unbedingt reinhören und wenn euch gefällt, was wir dort machen, dann nutzt doch auch mal die Gelegenheit, in eventuell andere Comic-Podcasts, die angewiesen sind, reinzuhören. Es gibt eine sehr aktive, deutschsprachige Comic-Podcast-Szene. Wir kennen uns tendenziell auch alle ganz gut untereinander und ich sag mal so, ich hab noch keinen Totalausfall gehört und würde mich freuen, wenn ihr auch mal die Gelegenheit nutzt, woanders reinzuhören. Nun also viel Spaß bei diesem Special. Es geht eine Stunde 45. Es war mega warm, aber es gab was zu trinken und wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ihr bestimmt auch. Bis dann. Tschüss. Liebe Zuhörer, ich sitze in einem wirklich alten Raum, in einem viel zu warmen Erlangen und schaue in Gesichter, dessen Stimmen ich zumindest kenne. Denn wir haben das Podcast-Treffen und hier haben sich doch einige Leute versammelt, denen ich jetzt allen das Wort geben möchte. Ich fang einfach zu meiner Linken an. Ich glaub, die Stimme kennt ihr. Hallo Andi. Hallo. Na, es geht. Danke, dass du uns gerade anmoderiert hast, lieber Andi, hier zum traditionellen Podcast-Treffen beim internationalen Comic-Salon Erlangen, bei dem sich immer so Comic-Podcast-Menschen treffen. Und vielleicht können wir da, wir müssen das gleich nochmal wiederholen, weil wir ja vielleicht können wir das als Crossover auch nutzen und so. Da darf der Andi gerne auch gleich nochmal die Geschichte nochmal zusammenfassen, hat er gerade schon gemacht. Ich bin Andi vom Tele-Stammtisch. Andi, wer bist du? Ja, der Andi zum Andi zum Andi gesagt, es sind drei Andis nebeneinander und alle ZuhörerInnen sind komplett verwirrt, wer wer ist. Der erste Andi hat sich nicht mal vorgestellt, der zweite Andi war auf dem Tele-Stammtisch. Ich bin der Andi von den Comic-Cookies, ursprünglich auch mal von Das Alles, der Podcast, der 2014 das erste Mal in Erlangen ein Podcast-Treffen organisiert hat und seit zwei Jahren mit bei den Comic-Cookies jetzt dabei. Hallo Sandra. Ich wollte sagen, ich bin die Andi vom Comic-Klatsch. Oder Sandra auch. Ja, schön, euch alle zu sehen. Und ich gebe mal weiter an den Flo, an den vier, fünften Andi. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin der Florian von Gigeriki, dem Nerd-Kanal und bin froh, hier sein zu können. Für uns ist er bloß ein Katzensprung. Wir kommen ja hier aus der Gegend und ja, ich habe viel Bock drauf hier und es ist schön, mal die ganzen Gesichter zu sehen. Wir hatten vorhin schon mal so eine coole Situation, aber später mehr dazu. Ich gebe weiter zum Toni. Ja, hallo, ich bin der Toni und ich bin auch von Gigeriki. Und ja, wir sind vom Ordner. Danke auch fürs Einspringen für die liebe Lara, die heute leider aus organisatorischen Gründen jetzt nicht hier sein kann vom JAPE Comics Podcast und auch vom Podcast der Comic Invasion. Da ganz liebe Grüße, aber es ging halt jetzt irgendwie doch nicht, ein bisschen viel. Und ich weiß, dass der Andi schon ganz schön oft hier auf dem Salon gewesen ist. Stimmt das? Das wissen wahrscheinlich alle, die mich schon mal in irgendeinem Podcast gehört haben. Ich bin ja gebürtiger Erlanger, von daher bin ich mit dem Comics Salon groß geworden. Bin auch alt genug, um auf fast jedem Comics Salon gewesen zu sein. Also den ersten und vielleicht auch den zweiten habe ich nicht mitbekommen. Aber so spätestens ab dem dritten war ich auf jedem. Von daher, ja, ich war schon ein paar Mal da. Ich habe Erlangen irgendwie nie verlassen, außer dass ich jetzt seit zehn Jahren in Nürnberg wohne. Aber das ist jetzt auch nicht so weit weg, dass ich irgendwie meinen Comics Salonbesuch beeinträchtigt hätte. Wobei ich auch schon früher immer gesagt habe, egal wo ich jemals in der Welt leben sollte, wenn man mich mal irgendwann dringend finden muss, findet man mich alle zwei Jahre auf dem Comics Salon. So auch dieses Jahr wieder. Wer ist denn hier, also keiner von euch ist wahrscheinlich zum ersten Mal da, oder doch? Tatsächlich? Es ist traurig, aber es ist tatsächlich so, weil wir jahrelang immer was anderes gehabt haben, wenn der Comics Salon war. Und obwohl wir ja bloß 20 Minuten haben, von Karlsruhe hierher, war das nie machbar, auf den Comics Salon zu gehen. Von daher wäre es ja eigentlich schon mal interessant, wenn du direkt erstmal so deine ersten Eindrücke... Es ist jetzt Samstagmittag, also ich weiß nicht, wie viele Tage du jetzt hier verbracht hast, aber prinzipiell sind zweieinhalb Tage Salon hinter uns. Du sagst, du bist das erste Mal da. Dann gib doch mal deinen Novizen-Eindruck wieder. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Ansammlung an Menschen, die man alle so kennt. Zumindest vom Hören oder vom Sehen, man trifft viele Gesichter wieder. Ich habe schon viele Künstler wieder getroffen, die man halt auch von anderen Messen schon kennt. Das ist schon sehr cool. Von der Auge her, ich kann selber so gar nichts sagen, weil wir waren am Donnerstag kurz hier, haben unsere Ausweise und so geholt und dann hatten wir wieder auch keine Zeit. Und heute sind wir eigentlich das erste Mal richtig hier. Und so finde ich eigentlich alles ganz gut aufgebaut. Das Einzige, was ich jetzt schon ein bisschen schrecklich finde, ist die brütende Hitze und die fehlenden Klimaanlagen in diesen riesen Zelten halt. Ich meine, die haben da eine Klimaanlage drin für hunderte von Leuten. Das ist halt einfach ätzend. Aber gut, die Hitze ist halt so. Was ich schön finde, ist der Schlossgarten, dass das mit eingebunden wurde, hier mit der Nerd-Lounge und das ganze Zeug, das Cosplay. Das geht dann mehr so jetzt in meine Richtung dann. Ja, alles in allem finde ich es bis jetzt sehr schön. Das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist sowas, was ich auch immer so aus dem Blickfeld ein bisschen verliere, dass du natürlich schon auf anderen Messen warst. Also ich gehe schon so lange zum Comic-Solong, da gab es keine anderen Messen natürlich die ersten Jahre und ich war auch noch nie auf einer von diesen Comic-Cons zum Beispiel. Also für mich ist natürlich Comic-Solong so das Heimatding, wo ich immer bin und auch so das, was so am meisten das abbildet, was ich von Comic möchte. Also mir ist es wurscht, ob irgendwelche Walking Dead-Darsteller irgendwo Foto-Op-Dinger verkaufen. Das interessiert mich nicht. Aber klar, von daher bist du natürlich jetzt nicht irgendwie Convention-unerfahren, nur jetzt Comic-Solong ist Erlangen. Du bist ja sonst immer in Stuttgart auf der Comic-Con und da gibt es dann auch diese Künstler-Alley halt, diese Künstler-Ding. Und da trifft man auch dann natürlich sehr viele Künstler, die man halt hier jetzt auch wieder trifft. Das ist schon sehr cool. Sondert, das wie viele Mal bist du da? Das erste Mal. Auch tatsächlich? Und ich bin mindestens alt genug, um auch vom ersten Mal an hier zu gewesen sein können. Ja, ich war immer nur beruflich hier. Hier gibt es ja irgendwie so eine große Firma, heißt es, für die entwickeln wir. Und das nur nebenbei, daher kenne ich Erlangen, aber ich war noch nie auf dem Comic-Salon. Und die Katinka aus dem Comics in Hannover, manche werden die kennen, hat gesagt, das kann nicht sein, du musst da hin, weil da kennst du alle und das ist dringend nötig. Ich bin sonst halt immer auf der Buchmesse Leipzig seit zwölf Jahren oder 13, keine Ahnung, hin und wieder Frankfurt, aber Frankfurt hat ja nichts mehr mit Comics gemacht. Ach, das war auch nicht schön. Also wir waren ja 2019 noch in Frankfurt und das… Also ich fahre hin, aber auch nur, weil ich auch andere Themen interessant finde. Ja, aber ich, also Energie ist super, Flo, du hattest das gestern ja schon gesagt, weil ich gesehen hatte, ihr seid schon hier und ich hatte mich schon gefreut, ja, wir können uns schon treffen am Donnerstag, aber ihr wart nur kurz da. Energie ist toll, Hitz ist scheiße und wir leben aber alle noch, ich habe Eis hier mit Eiswürfeln. Das ist natürlich so dieses Ding, das ist jetzt irgendwie gerade das heißeste Wochenende ever irgendwie gefühlt. Und es ist ja jetzt erst das zweite Mal, dass der Comicsalon ja in dieser Form stattfindet, ebenso rund um den Schlossgarten, im Schlossgarten. Und das war ja vor vier Jahren eine Notlösung, weil die Ladeshalle ja umgebaut wurde, in der es normalerweise stattfindet und dann wurde das ja so als Interimslösung eigentlich gemacht. Und dann war das aber auch so ein schönes Wochenende und alle waren total begeistert, und die Stimmung war super und alle haben gesagt, wir wollen das gerne wieder so haben. Und es besteht natürlich dann immer die Gefahr, wenn das Wetter schlecht ist, ist das mit dem Schlossgarten dann eben natürlich nicht so schön. Und dieses Weitläufige, da wäre man dann froh, wenn es so in der Ladeshalle so konzentriert, wo man quasi das Gebäude nicht verlassen muss und trotzdem eben die Panels, die Ausstellungen und die Aussteller und so alles haben kann, die Künstlerinnen. Aber ja, also schlecht ist das Wetter nicht in dem Sinne, dass es nass ist. Natürlich ist jeder irgendwie vollgeschwitzt und nass, aber Andi, das ist jetzt, also Andi, Tele-Andi, Tele-Andi, so machen wir das, Tele-Andi. Überlegen, ja, auf jeden Fall. Genau. Für dich ist es der zweite Saison, oder? Ganz genau sieht es aus, ja. Das heißt, du kennst es ja auch nur so in dieser Schlossgartenlösung, aber du kennst eben auch schon das von vier Jahren, irgendwelche Unterschiede, irgendwelche Eindrücke. Ja, die Zelte stehen ja anders und so. Und ich war voll irritiert auch, dass die Comic-Solidarity in diesem Jahr das Zelt einfach ein bisschen verschoben, aber die finden das gar nicht so schlimm, wie mir scheint. Und ich habe generell auch den Eindruck, als würde es sich noch mehr verteilen. Ich habe hier das sogenannte, ich habe es Podcast-Atelier genannt, wo das voll fancy klingt. Da mache ich jeden Vormittag jede Menge Interviews und hänge meinen Banner auf und alles ist toll. Und das ist halt manchmal so, dass solche Orte irgendwo und nirgendwo sind. Keine Sau kommen vorbei und irgendwie ist alles tot. Aber ich bin da gegenüber einer Handvoll richtig tolle Ausstellungen. Da sind die Jungs von Gung Ho, die haben eine wunderbare Ausstellung am Start. Jajas um die Ecke und weitere Dinge. Und da kommen tatsächlich die Leute vorbei, die setzen sich hin und hören uns zu, wir über Comic-Quatsch reden. Und das überrascht mich sehr positiv. Ich will damit sagen, es verteilt sich alles viel. Ich habe noch mehr das Gefühl, dass eine angemessene Verteilung auf die Stadt Erlangen passiert. Und dass noch mehr dieses, als beim letzten Mal, wo es auch schon der Fall war, passiert ist, dass die Stadt zur Comic-Stadt wird. Für mich subjektiv ist das noch mehr mein Eindruck. Wohl noch mehr verteilt ringsum stattfindet. Tja, das sind meine Eindrücke von der aktuellen Zelt-Lösung. Was meinst denn du, Andi? Gerne, Andreas. Dann können wir das Ganze hier ein bisschen auseinanderhalten. Ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier bin? Ich habe einmal noch in den alten Hallen mitbekommen. Da war ich so als Kamerakind für den Mattes dabei, der Interviews geführt hat. Ich selber hatte noch gar nichts mit Comics zu tun. Ich war einfach so, hey, ich brauche jemanden, der die Kamera hält. Magst du mitkommen? Ja, okay. Und muss sagen, dass Erlangen mich dann dazu gebracht hat, mich viel mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist der Vibe, den ich jetzt auch wieder habe. Hier geht es wirklich um Comics. Hier geht es nicht um Popkultur, nicht um Filme, nicht um Videospiele, nicht um alles drumherum. Sondern hier konzentriert sich alles auf das Medium, was wir so lieben. Und ich finde, das spürt man auch. Und wenn wir über den Schlosspark reden, klar, bei schlechtem Wetter wäre das bestimmt keine schöne Lösung. Aber in der alten Halle war es so, wenn die Leute eine Pause brauchten, rauswollten, sind sie in die Restaurants umliegend gegangen. Und die waren quasi weg. Und jetzt hat man in der Mitte so einen Platz, auf den haben sich alle geeinigt. Da trifft man die Leute, wenn die eine Pause wollen. Du kannst keine zehn Meter laufen, ohne dass dich irgendwer anspricht, ohne dass man irgendwen trifft. Das ist sehr, sehr schön. Also im Großen und Ganzen finde ich Atmosphäre toll. Und auch die Lösung mit den Zelten gefällt mir sehr, sehr gut. Spricht es sich eigentlich inhaltlich an, was dir geboten wird? Ich meine gerade so, es gibt ja nun auch nicht nur die Ausstellenden. Es gibt ja auch diese ganzen Panels und Talks und Lesungen. Dann fühlst du dich da gespiegelt auch in deinen persönlichen Interessen? Wie bei jedem wahrscheinlich ein paar Ja, ein paar Nein. Ich war ja gestern auch bei dem Panel, das ihr hattet, zu Podcast und Blog. Das war natürlich sehr ansprechend. Ansonsten muss ich aber ehrlich sagen, mein Kalender ist so voll. Ich komme gar nicht so sehr dazu, mir andere Vorträge anzugucken. Also da sind bestimmt welche dabei. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, nächstes Mal werde ich das bestimmt auch mehr mal in Angriff nehmen, mir das anzugucken. Aber das war bisher das einzige Panel, was ich gesehen habe und was ich auch aktiv im Blick hatte. Hast du denn irgendwelche gesehen, wo du sagst, da hättest du dich reinsetzen sollen? Sollen nicht? Naja, ich habe auch keine Zeit. Aber ich habe mir jetzt extra mal Zeit freigeschaufelt und heute bitt es sich an. Ich gucke mir heute den Avant-Lesemarathon an. Der ist im Markgrafentheater. Drei Stunden am Stück Lesung. Ich habe schon gehört, auch so ein 20-Minuten-Takt immer wieder Neues auf der Bühne. Und ich brauche das jetzt auch einfach mal. Ich will auch mal was mit Comics mitkriegen, wenn ich hier bin. Und dann halt gleich die Druckbetankung, das wird schon ganz cool. Ich wollte gestern, das ist auch ganz spannend, ich wollte gestern eigentlich zu diesem Krieg und Freitag, irgendwas feiner Strich hast du nicht gesehen. Und die wollen dann extra Eintritt. Und damit habe ich nicht gerechnet und letztlich habe ich aber Hunger gehabt und habe es mir dann doch geknickt. Es gibt nach ein paar Veranstaltungen hier Lesungen, die extra nochmal kosten. Die sind weder für Presse noch für sonstige Besuchende mit drin und so. Das finde ich einen interessanten Move, weil ich mir einbilde, dass ich beim letzten Mal überall reingekommen bin. Auch ins Kino und so. Und es war einfach nur Hallo, ich bin's und zack war ich drin. Das war irgendwie ein bisschen anders. Aber ich glaube, unabhängig jetzt mal von den Terminen, die ich gemacht habe, ist so viel los. So, so, so viel los. Auch parallel auf gefühlt unzähligen Veranstaltungsorten, dass alle hier weggehen und sagen, ich habe die Hälfte verpasst. Das ist einfach so eine grundsätzliche, glaube ich, Feststellung, die Menschen haben, wenn sie hier sind. Nicht nur die Hälfte. Ja, mehr, deutlich, im Bruchteil gesehen, genau. Wir haben jetzt noch einen in der Runde, der noch nicht irgendwie seinen Eindruck losgeworden ist. Und zum wieviel Mal bist du da und wie ist es? Ich bin jetzt zum dritten Mal da. Das erste Mal war kurz, war die letzte Veranstaltung vor Corona, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es 2016 oder 2017 war. Ja, 16, also ja nur alle zwei Jahre. Ja, genau, 16 muss es dann gewesen sein. Und da war es noch im, ach Quatsch, das war weiter vorher. Da war es noch im Kaufhaus, die Veranstaltung. Da war die Veranstaltung in einem Kaufhaus. Das war total weird. Da war auch der. Wann war das denn? Warst du in Erlangen oder woanders? Ja, das war schon in Erlangen oder war nur der Bazar im, oder das war nur der Bazar in dem Kaufhaus, ja. Genau, also die Börse, die war immer im Neuen Markt neben der Ladeshalle, also diese Einkaufspassage, ja. Ja, genau, das war das. Also bis 16 das letzte Mal dort gewesen, ja. Und das war echt ein beschissener Standort. Also zumindest für die Börse halt, weil sich das echt sehr gestaut hat und alles. Aber an sich so jetzt das erste Mal halt als Presse heute oder halt dieses Wochenende und das letzte Mal so richtig, eher richtig bewusst. Und das war schon cool. Ich weiß nicht, ich sehe immer, weil es bei mir so im Ort ist, sehe ich das immer so als kleine Veranstaltung. Obwohl es eigentlich, wenn man dann selber da ist, sieht man das gar nicht so klein. Das ist ja riesig. Und jeder kommt und man trifft jeden. Aber so in meinem Kopf fühlt sich das immer so klein an, weil es ja ein Erlangen ist. Und Erlangen ist ja jetzt nicht so wie München oder so. Und das ist immer irgendwie merkwürdig, aber es ist echt cool. Also mir gefällt es sehr gut. Und wie ihr schon sagt, also man kann gar nicht alles sehen und man verpasst wieder vieles. Aber das hat man mit, generell mit Konzo. Das war ja auch beim letzten Mal vor vier Jahren so eine Reaktion von Lara, von Yay Comics, die damals auch das erste Mal da war, die dann hinterher in Yay Comics auch gesagt hat, wer konnte das denn ahnen? Dass ausgerechnet in Erlangen so eine Veranstaltung und so toll und so schön ist. Also das sind so Sachen, die mich dann immer so ein bisschen wundern, weil ich ja, wie gesagt, das schon so lange mache, dass ich das einfach auch so gelernt habe, dass das die große Comicveranstaltung im deutschsprachigen Raum ist, wo man auch hin muss und wo alle hingehen. Und das aber natürlich so nachfolgende Kongenerationen, in Anführungsstrichen, dann irgendwie halt zu sagen, ich habe ja in Berlin hier irgendwie das Zeug und in Stuttgart das Zeug und das Zeug. Oder das Erlangen halt so eins von vielen im Kalender, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, dann ist es auch noch weit weg und so. Und dann das nicht so als zwingender Punkt irgendwie im Comickalender drin ist. Und für mich ist es halt so, und dann findet es auch nur alle zwei Jahre statt. Das macht es ja noch dringender eigentlich, so aus meiner Sicht zumindest. Aber von daher bin ich auch immer beruhigt, wenn dann tatsächlich auch Menschen das erste Mal herkommen, dass die dann auch sagen, nee, das ist auch zu Recht irgendwie so die Comicveranstaltung. Weil es ja, glaube ich, auch so einfach den konzentriertesten Comicfokus hat, beziehungsweise unter den Veranstaltungen mit diesem konzentrierten Comicfokus wahrscheinlich die größte ist, was so die Besucher und Ausstellenden und so angeht. Weil wir es jetzt gerade drüber hatten, man hat so dieses Feeling, dass es halt tatsächlich nur um Comics geht. Und das kann ich auch genauso unterschreiben, wenn wir jetzt auf Comic-Con oder so sind, Comic-Con, dann geht es ja schon mehr um dieses Drumherum, diese Popkultur. Und deswegen, ich war vorhin ein bisschen perplex, war das Halle A mit diesem Stand, mit diesen Schwertern? Also da sind so zwei, drei Stände drin, wo ich gesagt habe, wie passen denn die hier rein? Ja, das ist halt diese Cosplay-Geschichte dann, ne? Ja, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also es war irgendwie seltsam, aber egal. Wir machen zaghafte Schritte, es gab auch Cosplay-Inhalte schon immer so ein bisschen, aber ich glaube, die versuchen natürlich auch die positiven Effekte, die Cosplay für so eine Veranstaltung mitbringen, irgendwie auch mehr zu integrieren. Ja, ja, meine Frau ist ja hier als Cosplayerin hier unterwegs, jetzt gerade, wegen unserem Laden halt. Und ja, das ist schon, sie wusste auch nicht, dass hier irgendwas mit Cosplay gemacht wird. Und dann sind wir eine Woche vorher, sind wir angeschrieben worden von dem Veranstalter, ob wir den Cosplay-Contest hier sponsern möchten. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir schon machen, passt ja uns genau rein und das ist sehr gut. Und dann haben wir gesagt, wir wussten aber gar nicht, dass hier Cosplay gemacht wird. Und dann sind wir, doch, doch, ja, ja, das machen wir und blablabla. Und dann sind wir, okay, cool, alles klar. Also ich bin mir sehr sicher, dass vor vorletzten Comics-Salon das auch noch kein Thema war. Okay. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr frisch, dass man sich darauf konzentriert. Ich freue mich darüber, ich finde, das macht schön bunt. Und man muss vielleicht die nächsten Jahre so ein bisschen mehr einplanen, dass Leute mit Kostümen durch die Zelte gehen wollen. Denn das ist jetzt schon so ein bisschen wie Moses, der die Massen teilt. Das stört ein paar Leute, aber im Großen und Ganzen, ich finde das sehr positiv, eine sehr schöne Entwicklung. Macht auch Spaß, gerade im Schlossgarten. Man sieht überall wieder Leute, die sich mit denen fotografieren lassen. Beide Seiten haben da irgendwie was von. Aber ich glaube, es ist eine sehr neue Entwicklung. Also letztes Mal war es ein bisschen. Davor das Mal war ich mir ganz sicher, da habe ich keinen in der Richtung gesehen. Ich will hier nicht mehr den Erklärbärm machen, das wollen auch mal andere Menschen reden. Also dieses Manga-Anime-Cosplay-Thema, das gab es früher auch schon. Also auch in der Ladeshalle, beziehungsweise dann eben auf dem Platz vor der Ladeshalle, fanden auch schon Cosplay-Wettbewerbe statt und so. Es war nur nie so ein kontinuierliches Thema. Gerade was auch die Manga-Verlage angeht, ob die nach Erlangen kommen oder nach nicht, das war immer so von Mal zu Mal unterschiedlich. Also 2016 war zum Beispiel ein Jahr, wo ein sehr, sehr großer Manga-Fokus war, wo auch wirklich die Manga-Verlage dann auch da waren und sehr viele auch Panels und Talks und Veranstaltungen zu dem ganzen Thema da waren. Das war hochinteressant. Ich habe aber auch schon in den Jahren davor eben Diskussionen, Bühnendiskussionen miterlebt, wo eben so die Vertreter der verschiedenen Verlage eben gesagt haben, dass Manga in Erlangen immer so ein bisschen schwierig ist, weil die Manga-Szene sich dann eben auf anderen Conventions trifft und dass halt da das bessere Geschäft auch für die Verlage entsprechend ist und dass sie dann halt das immer in Erlangen mal versucht haben, es dann aber wieder gelassen haben. Und dann haben sie das 2016 eben auch mal wieder gemacht und ich bin dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass mehr Manga-Verlage, das sind auch gerade deutsche, also das Ultraverse zum Beispiel, die relativ neu sind und dass das dieses Jahr eben für meinen Eindruck wieder sehr klein ist. Diese Cosplay-Veranstaltung findet halt statt, aber so an sich das Manga-Thema war schon größer. Da war 2016 sicherlich das, also aus meiner Sicht das Highlight wahrscheinlich mittlerweile. Ich habe keine Frage an dich, ich erkläre mehr an dich. Du bist ja jetzt schon ganz oft hier gewesen und dass ich nicht so oft hier war, hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich das nicht kannte oder so, sondern einfach, es war irgendwie so weit und weiß ich auch nicht. Ja klar. Ich sage, Max, guck mal, der packt seine Liste aus. Ja, sie kommen langsam. Sie sind unterwegs, ja, sie leben. Hat sich das verändert oder sind die irgendwo versteckt? Ich finde das nämlich gar nicht so, dass so viele von denen da sind, sondern ich habe den Eindruck, dass es total jung, angenehm, also jung in Anführungsstrichen, das sind wir beide nicht mehr, aber frisch ist und überhaupt nicht all, auch nicht bei unserem Podium übrigens, im Publikum war gar nicht so. Kann man ja wahrscheinlich irgendwie, wenn man gehässig sein wollte, sagen, die sind weggestaubt mittlerweile auch irgendwie so. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube schon, wie einfach auch die komplette Comicszene und auch so die Comicverlagswelt sich diversifiziert und weiter ausbreitet und mehr Themen irgendwie abbildet, bildet sich das wahrscheinlich eben auch in der Besucherschaft entsprechend wieder. Also, dass eben auch an den Ständen mehr Sachen angeboten werden, als eben nur der klassische franco-belgische Comic, der eben diese Leserschaft irgendwie anzieht, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ich denke, die Comic-Solidarity hat da wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach auch einen großen Anteil mit daran, dass die auch das Programm mitgestalten und da eben auch eher eine jüngere Szene, eine Independent-Szene entsprechend auch mit anspricht. Ich, aus meiner Sicht, ich kann es manchmal ein bisschen schwer greifen, also mir auch so einen Eindruck wiederzugeben, fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich mich persönlich nie so in irgendeinem Lager gesehen habe. Für mich war immer so alles Comic und mich hat alles interessiert. Also ich habe mich halt in den Hans-Rudi-Wäscher-Panel genauso reingesetzt und habe dem zugehört, wie ich mich halt irgendwie, keine Ahnung, in den Manga-Ding reingesetzt habe oder in Indiasus. Sicherlich über die Jahre hinweg habe ich immer ein bisschen einen unterschiedlichen Fokus und das ist auch immer noch so, dass sich der Fokus ab und zu mal ein bisschen verändert, dass mich in manchen Jahren was mehr interessiert und in anderen Jahren was mehr. Aber so diese Grabenkämpfe, also mein bisschen davon, dass ich natürlich einfach, also früher, vor Social Media und sonst irgendwas, wurde das ja quasi eh nicht öffentlich ausgetragen. Oder gab es diese Kritik an den Rollkoffer und sowas, sowas habe ich auch gar nicht mitbekommen dann. Und ja, keine Ahnung, also, aber es ist schön, an sich schon mal schön zu hören, wenn du sagst, du findest es angenehmer, als es dir in der Vergangenheit beschrieben wurde. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja genauso flexibel, ne? Also ich war auch, franco-belgisch lese ich gerne und ich lese aber auch Manga und alles mögliche. Und es waren ja noch mehr von uns schon häufiger hier. Habt ihr auch den Eindruck, dass es sich, oder habt ihr den Eindruck, dass es sich verändert hat? Oder ist es so wie immer vom Publikum her? Schwer zu sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ich generell, wie du schon gesagt hast, Andi, dass sich die Comicszene in den letzten Jahren eh verändert hat und jünger geworden ist, schon allein durch Marvel und die ganzen Filme und so. Also ich denke schon, dass du... Steile These, die, die krank und gebrechlich sind, sind wegen Corona daheim geblieben. Ich bin krank und gebrechlich, ich bin trotzdem hier. Also ich meine, es gibt die Hallensituation, ich bin gespannt, was die Warn-App sagt nach dem Wochenende. Meine war schon rot. War schon am Donnerstag. Wir haben es bis jetzt ja geschafft, das böse C-Wort auszublenden. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema, das da einhergeht, dass diese Personengruppe tendenziell vielleicht zu Hause geblieben ist. Ich finde aber, was der Toni gerade gesagt hat, finde ich auch interessant. Wir haben ja damals mit Gigi Rigi angefangen, indem wir deutschlandweit die ganzen Comic-Shops besuchen wollten und haben nur Bayern geschafft. Aber selbst da... Ist ja Deutschland. Also für uns schon halt. Für Bayern ist das Deutschland. Der Rest ist Markus Söder. Ja genau, Markus, der Markus, das war gestern Abend. Aber selbst da haben uns die Comic-Shop-Besitzer immer wieder erzählt, wenn wir da die Interviews gemacht haben, dass vor allem sich das Publikum dahingehend geändert hat oder jünger geworden ist durch die Mangas, die immer mehr geworden sind. Es hat viel mehr weibliches Publikum auch angezogen. Und ja, du hast ja im Großen und Ganzen eine Verjüngung dann immer wieder mal. Und jetzt hier das erste Mal, dass ich hier bin, muss ich sagen, also das ganze Publikum hier, ich finde es sehr durchwachsen. Also ich finde es gut. Es ist von jung bis alt, es ist alles dabei. Auch Frauen. Ja. Was macht ihr hier? Also jünger und weiblicher finde ich jetzt auch nicht so passend, weil ich glaube, das ist schon immer so, schon ganz lange. Also ich habe mal auch mit Katinka gesprochen. Ich wohne halt in Hannover und dann rede ich halt mit Katinka, die den Comics ja hat, also den Laden dort zusammen mit Zwanche. Und sie sagt eigentlich schon, seitdem die den Laden aufgemacht haben, hell und groß, haben die ungefähr 50 Prozent weibliche Kundschaft. Das ist völlig normal. Ja, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt dann so in Nerdschuppen gehst. Was schon? Wir haben in Ansbach, Andis Nerd, heißt der Andi? Warst du nicht? Aber es ist also, das ist halt… Bestimmt. Alle heißen Andi. Statistik gesehen schon. Aber das ist halt klein und dunkel und dann sitzen da drei so Leute drin mit solchen Bärden, keine Ahnung. Und welche Frau geht da rein? Ja, aber ich mag das. Ja, schau, du magst. Ja, aber es gibt genug, die das machen. Aber ich verstehe die These. Oder ich verstehe das halt, dass man sagt, okay, wenn der Laden eh schon anders aufgebaut ist und offen und hell ist und sowas, bringst du auch noch viel mehr Leute. Ich glaube aber, das geht Männern genauso, die nicht so im Genre sind und vielleicht ein Problem haben, so, oh, wer weiß und der sitzt denn da und guckt mich komisch an und ich weiß nicht so genau, womit ich anfangen soll. Der geht da auch nicht rein. Auch nicht, wenn dann eine Frau mit Bart sitzt. Es ist egal. Oder auch ohne. Und dann irgendwie mürrisch in der Ecke sitzt. Ich glaube, das hat gar nicht so viel damit zu tun. Okay. Sondern eher, dass es vielleicht dunkel und unangenehm ist und fremd. Habt ihr jetzt mal hier auf dem Salon, um den es uns auch ein bisschen heute geht, irgendwie so das Gefühl, als gäbe es große übergreifende Themen, die hier so einen Schwerpunkt, einen inhaltlichen thematischen Schwerpunkt darstellen. Das Programm hat eine gewisse Ausrichtung, finde ich. Wenn wir uns angucken, wer gestern bei der Max- und Moritz-Preis-Gala gewonnen hat, ist das auch eine klare Botschaft, die da gesendet worden ist, wer diese Preise bekommen hat. Also sehr divers aufgestellte PreisträgerInnen einfach. Und dann gibt es vielleicht noch Themen, die ich persönlich wahrgenommen habe. Das ist noch so ein bisschen die Verarbeitung der letzten zwei Jahre. Diese Unsicherheit, wie soll es weitergehen und kann es genauso weitergehen? Da gibt es natürlich die großen Player, die großen Verlage, die haben sich gar nicht, also denen ging es gut. Die haben Einnahmen gehabt, die waren wohl ganz angenehm in der Größenordnung. Das war schön, schön. In den kleinen, also in den Indies, da ist es schwierig. Die sind noch nicht so ganz im Klaren. Teilweise haben die auch gelebt ja von ihrem Job und so. Das ist dieses ganz viel weggebrochen. Ich habe ein Interview geführt mit der Illustrie, die Comic-Familie und er schult jetzt um. Die beiden waren Illustratoren und es geht einfach nicht mehr. Er wird das Mechatroniker. Und ich glaube, die sind jetzt noch ein bisschen, also es ist schon irgendwie auch, es gibt so verschiedene Themen, die irgendwie, glaube ich, gerade noch so rumschwirren, die man in einem großen Fazit vielleicht mal dann am Ende des Sonntags oder später mal zusammenfassen muss. Habt ihr in den Interviews, die ja teilweise dann auch führt und so, irgendwie sowas wahrgenommen, dass da irgendwas ist, was alle gerade so ein bisschen beschäftigt? Vielleicht mal eine Frage auch an dich. In den Gesprächen, ja klar, natürlich. Also als wären die letzten zwei Jahre kein Thema für irgendwen hier gewesen. Da ist auch egal, wie groß der Verlag ist. Alle Leute mussten irgendwie damit klarkommen und mussten, vor allen Dingen, wenn man mit Zeichnern redet und Künstlern mit einer neuen Arbeitssituation klarkommen, die oft auch Kinder haben, mit Homeschooling und allem drum und dran. Ich glaube aber, viele haben auch etwas gefunden in dieser Zeit, was sie gut machen können. Also das war so, dass, wenn ich mit dem Mickey Montlow gesprochen habe, der für Splitter da ist, der hat halt so ein Quarantäne-Buch gemacht, wo er ein Comic geschrieben hat, super schön, solltet ihr euch unbedingt alle angucken. Und ich glaube, was ich ganz oft gehört habe, war, dass viele Leute umgedacht haben, neue Wege gesucht haben. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, der da lieber aufs Positive guckt. Und ich glaube, in der Zeit ist auch viel gewachsen und viele Geschäftsbeziehungen gewachsen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Und viele Leute haben ihre Arbeitsprozesse optimiert. Das ist so das, was ich meist mitnehme. Aber ja, natürlich gibt es auch die Schattenseiten, wo Leute daran irgendwie das Geschäft kaputt gegangen ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Andere Themen, die vielleicht aufgefallen sind, gar nicht mal nur so Corona, sondern auch das. Ich habe zum Beispiel auch das Thema Diversität angesprochen gestern bei der Gala und so. Ist euch das auffallen? Fällt das überhaupt auf? Ist das gar nicht so? Weiß ich nicht. Frage in die Runde. Kein Interview bisher. Ich habe nur mitbekommen, weil ich Infobroschüre gelesen habe. Das Hauptthema ist, jetzt reite ich mich gerade selber rein, Feminismus? Du weißt es auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt auch eine Menge Feministische Panels. Es gibt auch eine Ausstellung, glaube ich, oder so. Ich glaube alles nur. Aber schau, ich. Hashtag Ungeprüft. Sagt einfach. Ja, also ich als Besucher, keine Ahnung, um was es hier gehen soll. Also schon klar, um was es gehen soll. Aber wenn es hier ein Hauptthema geben sollte, es hat sich mir nicht entschlossen. Also ich glaube, es gibt nicht so dieses, also dieses, es gibt nicht so ein Salon-Motto, dass man sagt, der Salon 2022 unter dem Motto. Ich glaube, es gibt so verschiedene Schwerpunkte zum Beispiel, also wie wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel so Menschen aus dem Kongo, glaube ich, irgendwie da sind, auch mit einer Ausstellung. Also das ist so quasi so, in Anführungsstrichen, Gastland, was vor vier Jahren in Kanada war. Aber deswegen ist nicht der Comic-Salon Thema Kanada, sondern dann gibt es natürlich noch andere Themen. Aber es gibt ja feministische Vorbilder, heißt, glaube ich, die eine Ausstellung und so diverse Panels. Also ich glaube, es gibt immer so gewisse Gruppierungen, die sich an irgendwie einem Thema mit orientieren. Aber es gibt jetzt nicht dieses ausgerufen, dieses Jahr ist der Comic-Salon das Thema Feminismus und alles steht unter dem Thema Feminismus oder so. Das nicht. Aber ja, ich kann auch nur vermuten, dass das Kulturamt Erlangen als veranstaltende Instanz sich das Thema Diversität vielleicht nochmal auch intensiver vorgenommen hat. Das haben Sie tatsächlich. Also ich hatte vorhin auch im Presseberon das nochmal kurz angesprochen, weil ich gefragt wurde, wie unser Podium war und so. Also das war schön und ich war aber die einzige Frau da und überhaupt werden viele Panels von Männern moderiert, obwohl teilweise Frauen angesprochen werden. Das finde ich ein bisschen komisch und schade, also seltsam und schade. Und sie sagte auch, sie haben da auch, ja, sie würden sich auch Mühe geben, das dann auch vielleicht nächstes Mal noch besser zu machen. Und sie sind sehr daran interessiert. Da gab es auch eine Pressemeldung, war die von der Süddeutschen oder der FAZ oder so. Also Erlangen wird diverser und weiblicher, ist diverser und weiblicher. Und da sind ja auch sehr viele Veranstaltungen, aber so bei den ModeratorInnen finde ich, da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, Jürgen Meuses in der Süddeutschen hat das geschrieben, der klaut gerne. Kann sein. Behaupte ich jetzt mal so. Keine Ahnung, wer hat es geschrieben? Ich habe es nur im Zug gelesen, so ein Flashlight. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Salon das auch, dass ihr das ganz gut findet. Die haben das, glaube ich, auch geteilt gehabt. Deshalb war es mir auch gefallen. Es ist natürlich auch, dadurch, dass Kommissarin Erlangen ja eben keine kommerzielle Veranstaltung ist, sondern von der Stadt organisiert wird und so eine städtische Kasse sich ja auch irgendwie rechtfertigen muss. Und dann kommen solche Themen natürlich da auch so mit ins Spiel. Zurecht natürlich auch, dass man sich nicht angreifbar macht und sagt, okay, warum gehen denn jetzt Steuergelder in eine Veranstaltung, die nur für Männer gemacht ist? Das muss doch moderner gemacht werden. Und das ist vielleicht da auch ein bisschen mit einer Begründung mit dafür. Ich habe zum Beispiel auch gestern ein Gespräch geführt, wo es dann auch so mitkam, dass wenn es um die Überlegungen geht, es in zwei Jahren wieder so zu machen oder nicht so zu machen, dass dann zum Beispiel auch einfach so der CO2-Ausstoß und all sowas mal durchgerechnet werden muss, wie das ist, wenn man so die LKWs in die Innenstadt schickt und all sowas. Also solche Themen, wo sich eine Stadt als veranstaltende Instanz wahrscheinlich andere Gedanken machen muss, als jetzt bei so einer Comic-Con Germany, wo es eine kommerzielle Veranstaltung ist, wo es nicht um Steuergelder geht. Ja, das denke ich auch. Ich frage mich tatsächlich gerade, ob wir so in dieses Thema gerade reingehen, weil ich hier bin. Das ist eine berechtigte Frage eigentlich, ne? Machen wir das jetzt gerade wegen dir? Weiß ich nicht. Oder hätten wir es auch gemacht, wenn du nicht da wärst? Das hoffe ich. Ich glaube schon. Ich glaube, durch die gesellschaftliche Entwicklung, ich sehe das zumindest bei mir, beobachte ich sowas auch viel mehr. Also man entwickelt da selber einen Blick für. Man prüft das selber. Du sagtest heute, es wäre sehr bunt. Und ich könnte dir gar nicht sagen, wie das Publikum die letzten zwei Male aussah, weil das da noch gar nicht so sehr mein Fokus war. Du hattest eben schon die alten weißen Männer mit ihren Listen. Ah, das hast du gesagt. Ja, das habe ich jetzt auch so gesagt. Mit einer alten weißen Frau mit Listen übrigens. Hast du eine Liste? Ich habe es aber nicht mit. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob die immer viel Aufmerksamkeit erregt haben, vielleicht weil sie auch ein bisschen unangenehm sind und damit natürlich neben allen anderen viel mehr auffallen. Ich kann es nicht sagen. Ich würde aber schon behaupten, dass der eigene Blick dafür viel klarer ist mittlerweile und man viel mehr darauf achtet. Mir ist es bei eurem Panel auch sofort aufgefallen. Ah, eine Frau, drei Kerle. Etwas, wo ich vor vier Jahren bestimmt noch nicht so drüber nachgedacht hätte. Ich wahrscheinlich auch nicht übrigens. Das ist einfach so, ne? Gut, wir als Podcast werden für sowas ja zwischendurch auch kritisiert. Deswegen setzen wir uns natürlich auch spätestens wegen solchen Sachen dann auch mit sowas auseinander. Ja, also definitiv ist das irgendwie eine Form von Schwerpunkt hier. Auch online schon eben an der Ausstellung messbar. Anmessbar an den Preisverleihungen, messbar an den Panels und Talks. Zumindest ist die irgendwie Absicht da. Im Detail, gerade in der Besetzung mag das vielleicht manchmal noch nicht so funktionieren, wie du schon korrekt wirst gestellt hast, glaube ich. Was mich halt mit den Themen, ich weiß nicht, ich glaube Themen, wenn man vielleicht auch gar nicht so sehr die ganze Zeit, also Smalltalk die ganze Zeit ist vielleicht auch schwierig für uns das festzuhalten. Wie sieht es aus? Habt ihr vielleicht so einfach auch so Comic-Entdeckungen mal gehabt? Ich meine, wir sind ja auch eine Comic-Veranstaltung. Da geht ja auch in Comics, habe ich gehört. Habt ihr schon irgendeinen geilen Scheiß gefunden eigentlich? Wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr schon irgendwo blättern können oder kommt ihr zu sowas gerade gar nicht? Juni, komm, gib Gas. Also eine Entdeckung hatte ich tatsächlich noch nicht, weil wir jetzt eigentlich auch noch nicht so viel gesehen haben. Wir haben nur einen kurzen Moment eigentlich jetzt in der Halle 1, war es glaube ich, sind wir mal durchgelaufen. Bei Dantes waren wir länger. Bei Dantes waren wir ein bisschen länger, aber ich habe da so eine, ja wie soll ich sagen, so eine Mission oder so eine, ich weiß nicht, wie ich es jetzt benennen soll, aber ich habe so ein Ding, was ich auf jeder Con und auf jeder Comic-Veranstaltung immer mache. Ich suche mir einen relativ kleinen Künstler oder Comic-Künstler und nehme mir bei der Person einen Comic mit. So versuche ich immer irgendwie meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und das werde ich auch hier wieder machen und werde mir irgendwo was Kleines mitnehmen und mal gucken, ob ich da was Gutes finde. Ich habe es halt jetzt leider noch nicht gefunden, sonst hätte ich jetzt darüber reden können, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ich kann aber kurz davon erzählen, das hat zwar nichts mit einem Comicsalon zu tun, aber das war in der Comic-Con Stuttgart, war das vor drei Jahren, glaube ich. Das war noch vor Corona. Da habe ich einen Comic mitgenommen von, das war ein Steampunk, nein, das war kein Cyberpunk-Comic war es. Und zwar war das von einem mexikanischen Comic-Verlag. Und der war richtig gut. Und das ist halt so ein Ding, also da findet man schon Perlen. Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht, also das ist ja so, wie bei euch ja auch, ich habe jetzt nicht solche Termine wie ihr, ich habe jetzt keinen Stundenplan mit Interviews oder so, aber trotzdem ist es mittlerweile natürlich so, dass ich auch Menschen treffe, wie ich mal eine Stunde hinsetze mit irgendwem, jetzt Bela Sabotke irgendwie, wenn der aus Berlin da ist, dass wir uns mal irgendwie eine Stunde hinhocken und quatschen, wo ich früher vielleicht in der Ausstellung gewesen wäre, in der Zeit, als ich noch nicht mit Menschen geredet habe. Oder auch so einfach mal ein bisschen im Park sitze. Also ich bin tatsächlich, das ist noch nicht so viel an Ständen gewesen. In Halle A war ich, ich bin einmal, eineinhalb Mal vielleicht durchgelaufen. In den kleineren Hallen war ich dann eher öfter mal. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich jetzt gerade dieses Jahr so ein bisschen nutze, also ich habe jetzt nicht so die großen Entdeckungen gemacht, sondern ich bin jetzt quasi mal so Künstler und Künstlerinnen abgelaufen, denen ich halt zum Beispiel auf Instagram folge oder so, die ich halt auf Instagram kennengelernt habe. Und dann jetzt, okay, jetzt sind die da, jetzt gehe ich da mal hin und lasse da mal ein bisschen Geld und kaufe mal irgendwie Zeug bei denen ein oder so. So einen richtigen Comic habe ich, glaube ich, bis jetzt wirklich nur einen, beziehungsweise die drei Teile einer Reihe gekauft. Von Professor Dr. Lachfinger, Metalheart Meltdown, ein schwuler Heavy Metal Comic von einer jungen Dame. Eine Reihe, vierte Band soll dieses Jahr noch rauskommen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das ist mit euch. Ich muss nur, Andreas weiß man, es hat nichts damit zu tun. Wir müssen gerade lachen. Erzähl ich gleich. Insider sind immer gut, wenn sie keiner kennen. Ja, es bleibt keiner. Oh. Bitte. Dein Moment. Mein Moment. Stage is yours. Ich habe von Andreas gestern ein Geschenk bekommen. Mein Freund ist ein Hipster. Das darf man nicht öffnen hier in der Halle. Vom Insextenhausverlag. Ja, ja. Deshalb musste ich nur gerade grinsen. Ich weiß auch nicht, warum der mir jetzt direkt eingefallen ist. Also dem Ansichtsexemplar von Metalheart Meltdown sind auch so, ist was überklebt. Es ist nicht so super pornografisch, aber ein bisschen Nacktheit ist zumindest zu sehen. Ja, wie mich interessiert ist mit dem Hipster auch. Ich fand das Cover auch schön. Also wir werden demnächst mal ein Erotik-Special machen. Hattest du noch was zu ergänzen? Sonst, ich hätte auch was. Ich musste meine Fotos. Ich mache immer Fotos, wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert. Und ich weiß nicht, ob ihr den Ventil-Verlag kennt. Die machen viel so über Punks und Subkulturen und so. Und die haben zwei neue Song-Comics über Fehlfarben-Songs und Stereo-Total. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich nehme sie jetzt nicht mit, weil ich habe keine Lust zu schleppen. Und was mir gar nicht so klar war, kennt ihr den Korrektiv-Verlag? Weiße Wölfe, die unter anderem rausgebracht. Den habe ich auch. Und die haben wohl nur noch 50 Exemplare oder so davon. Und wissen nicht, ob sie den nachdrucken. Und die haben die halt auch hier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die haben Sach-Comics. Also die bringen Sach-Comics raus. Und der Erdogan, der ist wohl auch nominiert gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Kategorie. Wahrscheinlich Sach-Comic. Da hat aber, glaube ich, die Liv gewonnen. Ja, sieht sehr spannend aus. Und ich interessiere mich für Kolonialgeschichte. Und daher Made in Germany. Ein Massaker im Kongo, heißt der. Eine grafische Reise zwischen Afrika und Europa von El Marto und Frederik Richter. Also dieser Stand, den fand ich echt mega spannend. Das ist in Halle B. Da habe ich mich gestern auch mehrere Stunden aufgehalten. Ich glaube, alleine eine Stunde oder anderthalb habe ich bei Edition Moderne rumgelungert. Ja. Also das wäre so das, was ich spannend finde und wo ich halt auch so jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen wäre. Weil Korrektiv, ja, ich habe was von denen, aber es ist mir gar nicht so bewusst. Ich habe da ein Kärtchen mitgenommen, das ich da mal. Cool. Dann habe ich auch ein bisschen was gekauft. Also bei Edition Moderne und Signieren lassen von dem Andreas Kina. Und das war sehr schön. Und wir haben nachher noch eine Session im Park gehabt, weil er keine Zeit mehr hatte. Und haben wir dort. Das Unvermögen heißt das, ne? Ja, ja, Unvermögen und Odysseus. Und das war sehr schön. Ich habe noch ein Pin von ihm bekommen, ein Geschenk. Wow. Ja. Und du, Flo, schon was entdeckt? Nope. Noch keine Zeit? Nee, Panini, weißt du, und dann, nee. Dann, nein. Panini. Panini. Zum Essen, oder? Nee, ja, ich lese ja so viel von Panini und deswegen habe ich da auch alles gefunden. Nee, ich habe tatsächlich noch nichts, noch kein Kracher. Aber mir wurde schon, mir wurde auch, jetzt gerade nochmal so drüber nachdenken, bei Dantes wurde mir so viel empfohlen und dann sind wir von Dantes zu CrossCult rüber und da wurde mir noch mehr empfohlen. Und eigentlich, ja, eigentlich hätte ich schon 1.000 Euro loswerden können jetzt gerade. Also, ja, ich muss mal noch schauen. Ich habe bei mir dieses Jahr so ein bisschen das Motto ausgerufen, so weniger ist bei Verlagen einzukaufen, wo ich die Sachen entweder auch im Laden kriege, sondern dieses Mal so ein bisschen wirklich mehr so bei den Einzelpersonen, wo man es klar natürlich sich auch irgendwie schicken lassen kann, aber halt eben, was ich jetzt nicht so direkt im Laden irgendwie kriege und das ist bei mir dieses Jahr so ein bisschen mehr der Fokus. Ach, bei der Illustriefamilie war ich auch noch. Da habe ich schon gestern bestellt und hole ich heute ab. Genau, da war ich gestern auch eine Weile gestanden, ja. Okay. Interessiert euch die Preisverleihung? Es gibt mindestens drei, sogar vier, glaube ich. Es gibt noch so ein Schülerpreis-Comic-Dings, der wurde ja auch verliehen. Interessiert euch die Comic-Preisverleihung hier? Heute Abend ist der Ginko-Award, ICOM war schon und Max und Moritz auch. Ist es für euch in irgendeiner Form relevant, was dort passiert? Andi, wie sieht das bei dir aus? Ich kann es ganz kurz machen, nein. Für mich persönlich überhaupt nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich vorher schon mal einen ganz guten Überblick habe über das, was so auf dem deutschen Markt gespült wird an Comics. Wir haben ja das Privileg, dann auch irgendwie Pressekontakte zu haben mit dem Philipp, der ihm immer viel zuschickt, so mit Previews, wo man vorher reingucken kann. Ich freue mich für die Künstler total, gerade wenn es dotiert ist. Dann hat es, glaube ich, auch wirklich einen Mehrwert für die. Ich selber verfolge das aber nicht so stark, weil ich glaube da schon, also ich gucke vorher mal, wer nominiert ist und gucke, wenn ich es dann nicht kenne, dann gucke ich es mir mal an. Aber es ist nicht so, dass ich dann, wenn jemand etwas gewonnen hat, dass ich dann sage, okay, dann muss ich es jetzt auch lesen. Oder dass es dann einen solchen Mehrwert für mich persönlich generiert, sondern meist habe ich die Sachen schon mal überflogen und wenn sie dann wirklich interessant für mich waren, lese ich sie. Da ändert dann auch ein Preis nichts dran. Und bei dir, Flo? Ja, es hört sich fast so an wie bei mir, wo ich dann auch sage, wenn ich dann noch einen Namen dazu kenne oder so, wenn ich dann die Leute kenne, die dann dominiert sind und sowas, dann freut es mich halt noch mehr, wenn die natürlich dann auch was gewinnen oder so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend und ich finde so, ja, so Veranstaltungen immer recht langatmig. Also, ja, nee. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Preis. Also das, was ihr gerade so beschreibt, ist sehr Max und Moritz. Ich glaube, beim Ginko ist es ein bisschen anders. Also ich war noch auf einer Ginko-Pressverleihung natürlich, weil die in Berlin ist und so. Aber ich glaube, dass die Comics, die dort halt eingereicht werden, die dann wirklich mehr so aus dem Indie-Spektrum und selbst verlagte, weil sie auch kommen, die man vielleicht noch nicht direkt auf dem Schirm eben auch vorher schon hat. Also ich, bei mir ist es auch so, es ist für mich jetzt keine Kaufentscheidung, dass ein Comic einen Preis gewonnen hat. Ich lese es mir halt durch, wer ist nominiert und wer gewinnt. Ich finde das schon so interessant, einfach als Beobachter quasi so, in Anführungszeichen Presse. Ich habe mich gestern natürlich gefreut, dass Jeff G. mit seinem Scatman-Comic gewonnen hat, weil ich den einfach so toll finde und Jeff natürlich auch kenne und so. Aber ansonsten, ich war ein einziges Mal bei der Maximo-Morens-Preisverleihung einfach nur, um diesen Aspekt des Salons halt auch mal gemacht zu haben. Things to do until I die. Naja, wirklich so. Ich gehe mein Leben lang auf den Salon, dann muss ich halt vielleicht auch mal auf dieser Preisverleihung halt mal gewesen sein. Da habe ich mir halt mal eine Karte gekauft vor einigen Jahren und bin halt mal hingegangen. Und wie war es? Lang. Habe ich heute schon mal gehört. Ja, exakt. Ich habe es auch einmal mitgemacht. Jetzt weiß ich, wie es ist. Ja, genau so. Ich habe gestern Abend noch Stefan Dinter gratuliert eben zu dem Scatman. Der war anscheinend auch nicht dort, weil der auch dann geschrieben hat. Ich habe es gerade auf Twitter gelesen. Der war auch schon mal vorher da. Warst du dort? Nicht in der eigentlichen, sondern danach, wo ich dachte, es gibt Freisaufen, aber es war wirklich, es gab keine Freisaufen. Was? Es gab kein offizielles Freibier? Es gab kein offizielles Freibier, nicht keins, von dem ich wüsste. Es gab wohl für die gewinnenden rote kleine Kärtchen, mit denen er hätte irgendwo was bekommen können, aber nicht so wie sonst für die Szene von der Szene. So war nicht. Was überraschend ist, weil du gehst hin, bestellst und plötzlich wollen die für das Bier neun Euro. Und woran liegt das? Weil du die fünf Euro Pfand auf diesem Glas genommen hast. Ah, okay, alles klar. Aber ich sage mal so, es war auch ein interessanter Move einfach, weil ich bin sehr biaffin, Stammtisch, blablabla, ihr wisst, wie der Podcast heißt. Fünf, also ich meine, das war einfach stinknormales, scheißlangweiliges Glas. Wer klaut denn so, wenn Comics da lang drauf gestanden hätte? Aber 05er oder 04er? Nee, 03er wahrscheinlich nicht so klar. Quatsch, in Franken gibt es kein 03. Lüge. Also das hat mir ein bisschen, aber ich meine, war trotzdem eine schöne Runde, weil das ist halt doch toll, du läufst da rum, alle quatschten, kennst dich und so, das ist immer dieses, ne, und du so, wie geht's, bla, das ist halt schon ganz schön geil, aber die Veranstaltung selbst habe ich nicht teilgenommen. Und wie gesagt, ich glaube, das, es gab, wir sind uns noch nicht ganz einig, das können wir ja mal thematisieren eigentlich, ob es einen Skandal auf dieser Max- und Moritz-Preisverleihung gab oder nicht. Oh, jetzt? Ich hörte davon. Gossip. Du hörtest davon. Gossip. Also was hörtest du denn? Nee, 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 nee. Erzähl du erst mal, was du gehört hast. Ich muss mal aufs Klo. Also ich werde es versuchen zusammenzufassen. Also Hella hat sich vielleicht ein bisschen vergriffen. in dem, was sie gesagt hat, aber es ist nur hören, sagen. Ihr habt es bei ihr zuerst gehört. Also ein Anwesender im Raum, der jetzt kein Mikrofon hat, war selbst dabei, als das auf der Bühne passierte. Von daher ist das bestätigt. Eine, ich würde das Mikrofon, ich würde es einfach halten. Es geht um eine Preisträgerin, oder? Ja. Ist das die Geschichte? Und ich habe sie heute auch schon wieder hier gesehen und bin ganz froh, dass sie ganz gut aussah. Jetzt haus auf den Tisch. Und eine nicht-binäre Person kommt auf die Bühne, wird ausgezeichnet und wird dann von Hella gefragt, bitte ergänzen Sie gern. Für einen Comic, wo es meines Wissens um eine queere Beziehung irgendwie auch geht, eine queere Liebesbeziehung oder so. Also ich habe ihn selber nicht gelesen, ich habe meine Zusammenfassung gelesen, die ich nicht mehr komplett im Kopf habe. Also wir sagen, worum es, um wen es geht, oder? Wir können den Namen, wenn du ihn weißt, dann sage ich ihn nicht so. Lina. Lina Ehrentraut. Ja, Lina Ehrentraut und in ihrem Comic, ich war im Panel, also wo sie dabei war und es geht darum, dass sie einen, also die Protagonistin erschafft einen Klon, Körper, KI, was auch immer, Roboter, der ihr entspricht und verliebt sich dann in sie und die haben halt auch eine Beziehung miteinander, Sex etc. Sehr interessant übrigens, ich fand es vorher immer gar nicht so ansprechend und jetzt, wo ich sie drüber habe reden hören, möchte ich es unbedingt lesen. Und jetzt hat sie auch noch den Preis gewonnen, ich habe ihr vorhin noch gratuliert, also sie sah da ganz frisch aus, aber ja, Andi jetzt so wieder. Sie wird dann gefragt, nachdem sie sich so vorstellt, sag mal, bist du eigentlich lesbisch, war die konkrete Frage, richtig? Ja, ich hörte was anderes. Pass mal auf, das machen wir jetzt schlauer, ich gebe dir jetzt dieses Headset. Kurzer fliegender Wechsel. Sie hören Werbung. Ich habe deine Musikpause. Also die konkrete Frage war, ich habe ja den Comic gelesen, ich hatte ja den Eindruck, dass du lesbisch bist und dann hat sie gesagt, ja, also erst mal vor dem Publikum von, keine Ahnung, 200 Leuten erst mal über die Sexualität angesprochen zu werden. Es ist klar, um was es geht im Comic, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht vor 200 Leuten meine Sexualität ausbreiten. Und sie sagte dann, ja, mit deutlichen Unwohlsein, ja, ich fühle mich selber nonbinär so in die Richtung. Und daraufhin sagte Heller wieder, ja, früher, ihr jungen Leute, so nach dem Motto, früher, da waren wir einfach lesbisch und heute kommt sowas so in die Richtung. Wo du so sagst, so schwierig halt. Also das ist der erste Mal, wirst du auf der Bühne geoutet, ob du das möchtest oder nicht. Dann musst du sagen, nee, ich fühle mich aber anders, als du mich gerade geoutet hast. Und dann wird es noch bewertet. Und es zieht sich jetzt schon durch die. Und in der Presse ist es wahrscheinlich schon. Ich habe das noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, da kommt der Twitterstorm, aber ihr kommt ja, ihr wart nicht so richtig, viele waren nicht da, die da irgendwie twittern würden. Und ich wollte jetzt auch nicht die Dame so in diesen Fokus reinrücken, weil das merklich unwohl war, wie es jedem. Also ich muss nicht auf einer Bühne stehen und sagen, welche sexuellen Inhalte ich gerade gut finde, egal wie die sind. Also das wäre nicht mein Thema. Und es ist tatsächlich so, dass Hella das schon, also seit Jahren bei jedem Comic, was so ein bisschen in die Richtung reingeht, jemand ist homosexuell, dass dann immer, ja und übrigens, ich ja auch in den 70ern habe mich verliebt in das Mädchen aus der Nachbarklasse. Die Geschichte habe ich jetzt schon dreimal gehört. Und ehrlich gesagt, ich interessiere mich relativ wenig für Sexualität von irgendwelchen Leuten, die da einen Preis kriegen. Das ist mir eigentlich egal. Also es war schon sehr schwierig und sehr, sehr übergriffig, muss man da sagen. Also selbst jetzt für mein Level, wo ich sehr hohe Toleranzen dagegen überhabe, aber das gehört für mich einfach nicht da rein, dass du das mit so einem Publikum ausdiskutierst. Danke für your insight. Danke, Breedstorm. Ja, vor allem finde ich es ganz schwierig, weil es geht ja eigentlich um die Auszeichnung und einen Comic und nicht um irgendeine Sexualität. Ich meine, klar ging es in einem Comic um ein gewisses Thema, aber das sollte doch bei einer Verleihung nicht thematisiert werden. Das geht ja keinem was an. Ich finde das nicht gut. Nicht gut. Nein. Du bist still. Da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Ja, genau das. Genau das. Es ist ein solcher Seelen-Scriptease vor so vielen Leuten dazu gezwungen zu werden, mit das Schlimmste sein, was dir passieren kann, wenn du auf die Bühne gehst. Ich hoffe einfach, dass, also wenn sie heute schon wieder gut aussah, freue ich mich da total drüber. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal, wie wir im Garten da gesprochen hatten. Ich meine, da gewinnst du einen Preis und gehst auf die Bühne. Das ist für dich ein einzigartiger Moment. Ein Debütpreis. Und da kommt einer und schüttet dir dann einmal Scheiße, sorry, schüttet dir halt irgendwas über den Kopf. Ich meine, what the fuck? Jedes Mal, wenn du jetzt dann irgendwas gewinnst oder du wirst immer wieder an diesen Moment erinnert, danke für das Gespräch. Und wisst ihr, was ich richtig Scheiße finde? Es wird nicht drüber berichtet. Also das ist doch eigentlich, ist das ja jetzt echt ein Fauxpas, oder? Dass noch nicht mal jemand, das ist halt völlig irrelevant. Es ist natürlich auch gut für sie, wenn es jetzt nicht nochmal irgendwie an die große Glocke gehängt wird. Aber Breachshorn hat schon richtig festgestellt. Das war halt einfach keiner da, der das sonst thematisiert. Ja, Breachshorn war da. Ja, Breachshorn hat netterweise jetzt ja von uns nochmal zusammengefasst. Aber so von den Leuten vor Ort, vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen. Und das muss man übrigens auch sagen. Ich bin ja nicht da, aber mich interessiert schon, wie es war. Das heißt, ich bin gestern Abend beim Brügel rumgerannt und habe dann alle gefragt, und wie war es? Und das gibt so konträr unterschiedliche Aussagen zur Qualität des Abends. Von toll, jeder Witz hat gesessen, Gala-Moment, ich habe mich schick gemacht, alles toll. Und was ein schönes, bis hin zu Never Ever, nie wieder again. Die hat allem das Wort gesprochen und den runtergeboten. Und das waren ganz konträre Wahrnehmungen der Veranstaltung. Da habe ich selten sowas erlebt. Ich war nicht da, ich werde mir da keine Meinung mehr bilden. Es gab einen Livestream. Es gab einen Livestream. Ich habe es teilweise immer so fünf Minuten ausgehalten, dann habe ich wieder ausgemacht. Gibt es den noch im Internet? Könnte sein, ja. Und die Mahnd? Könnte sein. Sollen wir gucken? Ich habe sogar die Szene gesehen, wo sie auf der Bühne stand. Aber mir war gar nicht klar, was da kommt. Oder was da gerade war. Das war live. Wie soll ich das wissen? Ja, krass. Aber das könnte sein, dass man das noch sehen kann. Erstmal, ich wollte diese eine Preis, die Jeff gewonnen hat. Das war ja auch das erste Mal, dass der ein oder selbe Preis quasi dreimal verliehen wurde. Wie heißt denn die Kategorie? Fürs Debüt. Fürs Debüt. Und die haben wir dreimal bestes Debüt ausgezeichnet. Genau. Immer auch vollwertigen Gewinngeldern. 1.000 Euro, so wie ich das gelesen habe. Genau. Ich weiß, dass mal in der Vergangenheit mal in einer Kategorie kein Preis vergeben wurde. Daran kann ich mich erinnern. Dass da in dem Jahr kein, da ging es um, ich glaube, sowas wie Sekundärbuch. Das war jetzt kein Comic, sondern ein Sachbuch, eine Kategorie. Da wurde keines der Werke für preiswürdig bewertet. Aber dass in einer Kategorie quasi alle gewinnen, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Aber ja, mein Gott, ist ja cool. Also gerade in der Debüt-Kategorie ist das ja auch eine schöne Sache, eine Motivation, wenn drei Menschen ausgezeichnet werden. Und drei Menschen, die da sicherlich viel Herzblut und Zeit, so wollte ich sagen, Zeit und Herzblut, Blut und Herzzeit reingesteckt haben. Und nicht damit wirklich verdienen mit der Veröffentlichung, dass die einen Zuschuss dann auch kriegen. Das ist ja eine coole Sache. Was mich echt wirklich mega nochmal interessieren würde, ist diese Geschichte, wo ihr scheinbar Sponsoren mit seid. Auch mit dieser Nerd-Lounge, glaube ich, oder X-Hive. Erzähl mir, was da los ist, warum da eine Playstation steht. Was genau ist das? Das ist ein Verein in Nürnberg, der tatsächlich E-Sports macht. Ich weiß es auch nicht so ganz genau, weil bei uns eher das Cosplay im wichtigen Vordergrund steht. Projekt Hive ist tatsächlich ein Verein, die sich über E-Sports groß gemacht haben und ein Vereinsgelände haben und da E-Sports anbieten. Und unter anderem waren die früher in Nürnberg im Pellerhaus, im Haus des Spiels. Und da haben wir jemanden kennengelernt, die damals auch so eine Cosplay-Werkstatt gemacht haben. Also man hat den Leuten angeboten, sie können da ihre Rüstungen und Waffen und Zeug bauen. Also Cosplay, wer nicht weiß, was das bedeutet, dass man sich eben Rüstungen und Waffen von fiktiven Charakteren baut, nachstellt oder von Comichelden und sonstiges. Und dazu benutzt man verschiedene Materialien, unter anderem eben auch Schaumstoff. Und in dem Pellerhaus war das eben so, sind wir in Kontakt mit denen gekommen, weil die das angeboten haben. Und dann haben sie sich irgendwie getrennt. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall nicht mehr im Pellerhaus, weil das Pellerhaus läuft über die Stadt Nürnberg und die haben sich da irgendwie verabschiedet. Mussten da wohl raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier und bieten eben so Gaming an und diese Lounge mit diesen ganzen coolen Sofas und so, wo man da abhängen kann. Irgendwie die Hauptträger ist die Dativ. Und unter anderem machen sie eben auch diesen Cosplay-Contest. Und da sind wir mit Sponsor eben, weil wir die Preise einfach spendieren. Genau. Was war jetzt deine Frage? Material werden. Da wird einfach ein bisschen erklärt. Willst du ein Material werden? Nein, nein, nein. Ich sponsere das Material. Das ist Sachgewicht. Genau. Und das hat mich auch immer interessiert, wie das ist, weil ich da nicht so direkte Vorstellungen hatte. X-Hive, X-Lounge, Nerd-Lounge, was soll das sein? Und war tatsächlich ein bisschen skeptisch. Aber dann saß ich da gestern mal eine Stunde. Eigentlich schon ganz gut. Also weil es einfach mal mega entspannt ist im Park. Es ist eh bullig warm. Und dann, also von mir aus, würden sie es gerne nochmal machen. Und dazu kommt ja auch, dass sie so Netze da auch in eine riesen Comedy-Bibliothek hinzustellen. Und du da einfach mal auch in aktuellen, geilen Comics lesen kannst. Also ich bin von dem, wo ich echt so skeptisch war, machen die da... Nee, das Konzept fand ich schon auch gut. Finde ich schon auch gut. Finde ich gutes Konzept, ja. Hast du schon gesessen, Andi? Oh ja. Und schon Energy getrunken? Ja. Nee, also mich haben die kalten Getränke gelockt. Tatsächlich. Weder die Playstation noch die Sessel, aber kalte Getränke. So eine Clubmate. Läuft. Das war sehr schön. Das war ein sehr guter Moment. Werdet ihr ja eigentlich viel angequatscht von Menschen, die euch irgendwie wiedererkennen? Oh, ich hab dein Video gesehen. Ich bin Fan von dir. Aber. Oder auch dich, Andi. Man kennt dich ja auch von diversen Sachen. Das ist manchmal ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich hatte das direkt am Mittwochabend. Ich bin 22 Uhr im Hotel angekommen und hab dann eingecheckt und Zimmer und Parkgarage und bla. Und dann kam, ich will gerade so meinen Koffer packen, bin total fertig, oben ins Zimmer. Entschuldigung, ich kenne deine Stimme. Bist du der Andreas von Pau? Und das sind immer so Momente, weil, ja schon, aber ist jetzt auch ein bisschen komisch. Aber ja, das passiert. Aber ansonsten kannte man natürlich auch viele Leute. Auch wir haben uns ja heute gesehen, als ich nur im Park reingelaufen bin. Hier kommst du ja keine zehn Meter weit, ohne jemanden zu treffen, den man sowieso kennt. Was ja auch das Schöne ist an dem Treffen hier, finde ich. Das ist wie, es wird über Klassentreffen gesagt, glaube ich. Und so fühlt es sich wirklich an, ja. Mich kennt niemand, mich spricht niemand an. Da wird es aber Zeit. Es gibt von mir nicht wahnsinnig viele Bilder im Internet. Also ich poste nicht ständig irgendwie Bilder von mir selbst. Ich bin sowieso auf Social Media nicht so super aktiv. Jetzt auf dem Comic Cookies Account posten wir jetzt auch nicht ständig Bilder von uns selbst. Ich bin auf keinen Bühnen, dass mich Menschen irgendwie da irgendwie so sehen können oder so. Also mich spricht niemand an. Ich habe die Frage eigentlich nur gestellt, weil ich allen erzählen will, dass ich gestern das erste Mal in meinem Leben angesprochen wurde. Du Andi, ich habe dich da in München vor zwei Jahren, da habe ich Fotos von dir gemacht, wie du den Marvel interviewt hast. Würdest du mir die signieren? Ich habe das erste Mal in meinem Leben Signatur. Ich habe das Autogramm gegeben. Ist da wenigstens auch die Marvel-Signatur dann auch mit drauf? Von Marvel selbst, das weiß ich nicht. Also noch war sie nicht drauf. Okay. Ich habe vermutlich den erst einmal angesprochen, wo er einfach herankommt. Wo man sich nicht in eine Schlange stellen muss. Das ist schon sehr interessant, weil das ist mir schon passiert. In Stuttgart auf der Comic-Con kam irgendwann so ein 16-Jähriger. Keiner, ich kann es nicht. Ein junger Mensch. Kriege ich ein Autogramm von dir. Und in dem Moment denkst du, ich bin da immer sprachlos, weil ich denke, warum? Und auf welchen Handyvertrag setzt du das jetzt drunter? Genau. Wozu willst du meine Unterschrift haben? Ich check das nicht halt. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass viel mehr Leute dich kennen, aber dich nicht ansprechen. Weil ich laufe da meistens mit der Kamera rum, mache Videos oder Kurzinterviews mit Leuten. Und da bin ich auch zu jemandem hin und habe gesagt, hey, du hast ein cooles Cosplay an. Darf ich dich kurz interviewen und sowas? Ja, ja, ich schaue immer eure Videos. Dann sage ich, ah, okay, alles klar. Und es gibt schon immer so, ja, heute auch nochmal war auch jemand da, der gleich auf uns zugekommen ist. Und so, hey, servus und so. Aber die kennt man auch schon, die Leute und so. Und ja, aber das ist mit den, das finde ich nicht unangenehm. Wenn einer auf dich zukommt und sagt, hey, servus, wie geht's denn und so, das ist alles cool. Aber so Unterschriften und so, das finde ich seltsam. Gewohnt, ja, einfach, ja. Also, ja, ich finde es seltsam, weil ich, ja, keine Ahnung. Aber da geht es dann selber immer so, wenn es dann irgendwo zum Signieren irgendwo stehst, hier wie so ein kleiner Schulbuch halt oder wie so ein kleines Kind bist dann da immer, wie ich da mir die Gung Ho hier signieren habe lassen auf der Comic-Con in Stuttgart. Das war tatsächlich, war das letztes Jahr oder vorletztes? Letztes. Letztes Jahr war die Comic-Con, genau. Und dann hatte ich noch den anderen Comic dabei, den sie ganz am Anfang gemacht haben, hier vom Hohlbein. Wie hieß der wieder mit den Vampiren? Oje. Wie? Genau. Chronik der Unsterblichen, für alle, die es nicht gehört haben. Genau, Chronik der Unsterblichen, sorry. Den hatte ich dann auch noch dabei und dann haben wir da noch drüber gesprochen und so. Und das war schon, das ist dann schon cool. Aber ey, das sind auch Künstler, die machen auch, das ist jetzt wieder das Imposter-Syndrom, ne? Das sind Künstler, die machen ja auch was richtig Krasses. Ich meine, ich bin kein Künstler, ich mache nichts Krasses halt. Ich mache einfach nur Videos. Das machst du. Ja, aber das kommt mir nicht so vor und deswegen ist es halt einfach, ja. Sandra, es geht ja um das Thema, ob wir auf dem Salon erkannt und angesprochen werden. Wie ist das bei dir? Äh, ja. Ja. Das ist ganz komisch, schräg, spooky so ein bisschen. Also zumindest alle, mit denen man sonst so zu tun hat, irgendwie auf Social Media oder so, da muss ich noch nie mal die Maske abnehmen. Die wissen, die wissen, wer ich bin oder sie hören meine Stimme, heute Morgen beim Frühstück haben wir uns unterhalten und dann, ah, Podcast. Oder auch gestern nach dem Podium. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Andi. Und da war noch jemand, der kam dann zu mir und sagte, weil wir das ja auch angesprochen haben, also wie viele Hörer, HörerInnen und so weiter. Wir haben, ich höre euch übrigens immer und es ist schön, dich zu sehen und ich höre euch immer in der Küche und er sagt, das ist halt auch so asymmetrisch, so ganz komisch, weil für mich seid ihr einfach immer da, ihr wohnt bei mir. So, ich höre euch immer im Ohr, das ist voll intim, wie du das auch gestern sagtest, Andi. Und für dich ist das, sagt er, und da reicht jetzt ja total schräg, weil du kennst mich nicht und jetzt siehst du mich zum ersten Mal. Oder jemand anders, sie hört das hier wahrscheinlich auch, liebe Grüße, sagt sie, sie hätte so einen Fangirl-Moment. Ich sage, wer ist denn hier? Ja, aber es ist vielleicht nicht so viel, wie bei Podcast, die sie wesentlich mehr gehört haben. Wer hört, wer denn? So wie bei Andreas wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du schon was dazu gesagt hast. Ich war jetzt gerade kurz weg. Ist natürlich auch, wir haben ja diesen Discord-Channel, wo mittlerweile ein paar hundert Leute unterwegs sind. Discord-Channel. Vorzeige-Discord-Channel übrigens, also kann ein echt top Austausch über, muss man mal so sagen. Ich weiß, du leidest dir ja, du weißt bestimmt mehr intern als ich, aber wer was über Comics schreiben will, und das Panini-Forum vermisst, der muss zu euch auf den Discord-Server. Ja. Ich lasse das so stehen. Und da haben sich natürlich dann auch irgendwie Leute zusammengerottet und laufen hier gemeinsam rüber und waren auch gestern Abend zusammen essen. Und das ist natürlich ganz cool. Und dann hat man automatisch natürlich auch ein paar Leute, die einen erkennen und sich freuen, einen zu sehen. Man darf das auch nicht immer unterschätzen. Also wir oder ich, ich habe das immer unterschätzt wegen der Reichweite, Leute, die einen hören und sowas. Bei uns hat mal einer geschrieben, hat er geschrieben, ja, er findet es voll cool, dass es uns gibt. Und er wollte einfach nur mal Danke sagen. Und er hört uns immer in Norwegen. Dachte mir, was? Ja, weil er arbeitet in Norwegen. Ja, ja. Und er hört uns halt in Norwegen. Dachte mir, ja, das ist auch cool. Deswegen sehe ich in der Analytics immer den einen Norweger. Du bist das. Und ich dachte mir, wer ist denn dieser Norweger? Ne, also das ist schon, es hören meistens mehr Leute zu, als man sich das selber so vorstellen kann. Ja. Ja. Das ist überhaupt nicht thematisch, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem im Podcast. Kon Stuttgart, von der du gerade gesprochen hattest, wisst ihr noch, dass da dieses eine Panel von Gang Ho ausgefallen ist? Wo ihr hinwolltet? Um neun, ja, da waren wir zwei vorne an der Bühne so. Und es gab keine... Wisst ihr, warum das ausgefallen ist inzwischen? Keine Ahnung, ich habe sie auch nicht mehr gefragt. Gang Ho macht gar keine Lesung, die wussten nichts davon. Ah, alles klar. Das ist so ein bisschen jetzt so der... Wie kommst du jetzt Gang Ho? Weil der gerade dieses Gang Ho-Ding in Beschlüssel angesprochen hatte und das irgendwie auch mal Teil beim Gespräch von uns war. Genau, weil wir saßen nämlich vor der Bühne und dachten, jetzt kommt keiner. Da saß auch keiner an der Bühne, nur wir zwei so. Und ich sage, ja gut, da kommt da keiner, ne? Aber da kann man mal den Spin machen, wieder zum Salon zurück. Weil sowas passiert hier nicht. Das ist alles durchgetaktet. Es gibt einen super Plan. Du kannst mit dieser Mein Salon, heißt das Ding, diese Funktion auf der Website, mega nice. Baust du auch, ohne kommst du nicht zurecht, ja. Auch gerade, wenn noch Aktualisierungen da waren, weil natürlich das Heft irgendwann gedrückt wurde und dann liegt es halt rum, ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand und so. Online passiert da echt eine Menge. Das finde ich ganz toll. Das ist wirklich hochkarätig organisiert. Also Leute, das ist hier gerade mal der Fall für unser Publikum, dass ihr es gerade hört. Wir haben hier irgendwann mal, irgendwo habe ich einen Raum angefragt. Ich würde gerne einen Raum haben. Dann haben wir selbstverständlich ohne Widerworte in einen Raum gekriegt. Einen großen Raum mit Strom, Trockenwasser, alles drum dran. Und eben kam ein netter Mann, der hat uns Getränke gebracht. Das ist extrem angenehm, muss man einfach mal so sagen, was hier so passiert. Und ich glaube, ich habe den schon Podcast-Treffen auch genannt, als Grund, warum wir das machen. Aber hier finden ja auch Interviews statt und so. Also hier wird wirklich für die Leute gesorgt. Das ist eine hochgradig sehr gut organisierte Veranstaltung, finde ich, muss man einfach mal so sagen. Ich hatte jetzt im Ergebnis von dem, was an Punkten steht, auf die man sich freut, noch keine negativen Erfahrungen. Und ich glaube, ich will einfach mal Lob aussprechen einfach für den Salon an der Stelle. Sehr nett von dir. Sehr nett. Absolut. Absolut. Ich kenne das übrigens, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal auf der Manga Comic Con Leipzig und Leipziger Buchmesse waren. Da ist das auch so. Wir haben mal ein Interview geführt und haben gesagt, ja, also mit dem Verlag hatten wir gesprochen. Es war CrossCult, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, welches Comic war das jetzt. Das weiß ich leider nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir sofort einen Raum gekriegt. Da gibt es ein Messezentrum, du bist dann da alleine und braucht ihr irgendwas und das ist total klasse. Und alles wunderbar klimatisiert und modern. Das ist auch der Unterschied. Ja, Stuttgart auch. Und in Frankfurt zum Beispiel ist das gar nicht. Also das, ja. Aber da spielen wir eh keine Rolle. Nee, das ist total irrelevant. Also das Pressezentrum in Frankfurt war furchtbar. Das ist schon modern, du hast Strom, aber es kostet alles teuer. Es kostet alles Geld extra nochmal. Und wenn du aus Stuttgart kommst und dahin gehst, dann ist Frankfurt wirklich furchtbar. Aber das ist auch echt eine komplett andere Zielgruppe. Absolut. Also auch so, du fühlst dich da auch nicht wohl. Das ist wirklich eine Anzugveranstaltung in Frankfurt. Ja, ist auch wirklich so. Nicht einfach nirgends aus Quatsch. Nein, und das ist auch das, was wir damals, was ich auch nicht so verstanden hatte, dass es eine Anzug-Con, das ist halt eine Messe. Es ist halt eine Messe. Es ist halt echt eine Messe. Wie wenn wir jetzt in Nürnberg auf die Spielwarenmesse gehen, das ist eine reine Fachbesuchermesse. Da laufen es alle wie du mit Schlips rum. Mit Superman. Also Spielzeug ist Serious Business halt. Ja klar. Und das ist in der Buchmesse genauso. Das hast du genau gemerkt. Das ist Serious Business. Da wird kein Spaß verschrieben. Aber die ärgern sich schon, ne? Also die ändern jetzt ja schon was und möchten eigentlich auch die Cosplayer zurück und so. Die machen da ja ganz viel, weil sie gemerkt haben, hey, ist ja vielleicht scheiße, wenn wir die alle ausschließen. Aber die jetzt wieder zurückzubekommen, ist gar nicht so einfach. Aber du hast dich da auch nicht willkommen gefühlt. Also wie wir 2019 dort waren, das war, als würdest du, als wärst du so ein Störfaktor einfach. Das hast du in Stuttgart, ja gut, aber das ist ja wieder was anderes halt. Das kannst du irgendwie nicht vergleichen. Aber Leipzig ist es ganz anders, sagst du, ne? Ja, ist komplett anders. Das ist super bunt und schön und es ist ein Lesefest einfach. Und für alle Menschen, die irgendwie was mit Literatur zu tun haben, egal in welcher Form, gelesen, gehört, angeschaut, egal. Schön. Schreibend, ist geil. Aber hier eben so. Ich hab noch einen Kritikpunkt am Salon gehört. Der ist nicht von mir, der kommt woanders her. Aber ich hab ihn gehört und vielleicht thematisieren wir ihn mal. Ach der, ja. Ach der. Das war ja interessant. Du warst grad so schlecht zu verstehen. Es würde am Mainstream fehlen. Hä? Das heißt also, dass du auf dem Flyer keinen Batman abgedruckt hast, dass hier kein großer Obelix, Asterix, hast du nicht gesehen, Zeichen, da rumrennt, dass Mickey Mouse unterrepräsentiert ist. Irgendwas, was uns in der Runde vielleicht gar nicht anspricht, aber die Familie zieht. Das würde fehlen. Einfach auch um Zahlen zu generieren. Ja, ja. Das ist aber auch sowas, was von Mal zu Mal halt einfach unterschiedlich ist. Vor vier Jahren war halt irgendwie, weiß ich nicht, großer Donald Duck Geburtstag oder so und dann ist hier im Schlossgarten Donald Duck rumgelaufen und die große Torte wurde angeschnitten und jeder hat gratis Torte gekriegt und so. Und ich glaube, das ist einfach auch wieder so ein, mal ist da halt mehr Fokus drauf und mal ist da weniger Fokus drauf, auch immer abhängig davon, was sind grad vielleicht für Events, die man feiern kann, dass eben grad der neue Band rauskommt oder das Jubiläum ist oder so. Und natürlich auch was so, was passiert generell so grad auf dem Comicmarkt, also in den 90er Jahren, als der Heftchenboom war und Dino irgendwie in der Ladeshalle, fast so die kleine Halle für sich alleine hatte und war das natürlich irgendwie ein Riesending und dann sind die Hefte halt irgendwann weggestorben und dann war das wieder kein Thema mehr und dann sind die Superhelden über die Filme wieder zurückgekommen, aber eben hauptsächlich über die Filme und nicht so über die Comics, wobei Panini natürlich mittlerweile auch einfach da einen großen Stand hat und so, mei, das bleibt halt einfach immer variabel. Also wenn in dem einen Jahr halt vielleicht für mein Spezialinteresse jetzt gerade nicht das große Thema ausgerufen wird, dann komme ich halt in zwei Jahren wieder. Oder ich mache mal meine Scheuklappen weg und interessiere mich auch mal für was neben Batman und Mickey Mouse. Ja, aber die Masse, wie du schon sagst. Die Familien halt. Die Familien und Massen, gerade die Kinder, Kids, macht ja Panini recht viel richtig, finde ich, mit ihren Panini Inc. rein, die man auch als Erwachsener sehr gut lesen kann. Also muss ich ja, muss ich echt sagen. Also da waren echt coole Sachen dabei. Und ich meine, werbetechnisch selber halt gut könnte man, klar, machst du halt einen Banner, wo ein Batman, eine Wonder Woman drauf ist, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Du sprichst, würdest natürlich da definitiv schon mehr ansprechen. Aber die haben doch auch den großen Kinder vom Max-Bereich. Also ich habe den Eindruck, dass der sehr gut angenommen wird. Und warum muss das Mainstream? Naja, Mainstream ist auch so eine Sache. Was ist Mainstream? Für mich ist es vielleicht was anderes, als für jemanden Mainstream. Ja, durchaus auch Asterix, aber Batman. Aber genauso eigentlich sehr viel von dem, was Panini rausbringt. Also alles, was Helden, Heldinnen sind schon eher selten. Also Helden angeht, Wonder Woman vielleicht nochmal. Das ist so Mainstream. Und ich glaube auch, so Schlümpfe wäre Mainstream für mich. Ich frage mich ja tatsächlich immer bei solchen Begriffen dann, wenn dann eben Superhelden und auch Schlümpfe, die halt einfach so cross-medial halt einfach funktionieren. Ist das wirklich der Comic-Mainstream? Oder ist das einfach nur der gesellschaftliche Mainstream? Also die Menschen, die Big Bang Theory schauen, die lesen dann vielleicht keinen Comic, aber sind halt Fan von Batman und Co. Und deswegen ist das dann Mainstream. Aber ist das auch wirklich Comic-Mainstream? Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass hier ja wirklich der Comic auch wirklich im Fokus steht und nicht die Filme, auch wenn es ein kleines Kinoprogramm ja auch außenrum gibt, aber es gibt eben nicht die Schauspieler, nicht die großen Netflix-Serienpanels oder sonst irgendwie sowas. Was ist denn tatsächlich der, also rein im Comic der Mainstream? Ist es die Graphic-Novem? Das ist schon nochmal anders, ne? Das ist nochmal anders. Das Schlagwort Graphic-Novem. Ne, das ist ja wirklich so. Also ich kenne zum Beispiel nicht die Verkaufszahlen. Ich weiß nicht, ob sich irgendwie so ein Batman-Sammelband besser verkauft als irgendwie eben, keine Ahnung, der nur Renner Kleist oder was auch immer. Habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Den Augensammler kann man nehmen. Verzeihung? Den Augensammler zum Beispiel. Vom Fitzex. Da hast du natürlich auch wieder, klar, eine Anbindung irgendwie an den Literaturbetrieb. Also macht man es an Verkaufszahlen fest. Ist das dann das, was Mainstream ist? Ich habe keinen Plan. Ist irgendwo ein Stück weit ja auch die eigene Perspektive. Also das, was du am meisten konsumierst, ist vielleicht für dich der Mainstream, aber für jemanden anders wiederum nicht. Ich habe irgendwann mal auf Twitter geschrieben, bei mir zu Hause bin ich der Mainstream. Aber genau, das ist natürlich die Frage, wie groß zieht man den Kreis? Was ist dann der Mainstream? Wird was sagen, Andres? Ja, weil ich die Kritik sehr interessant finde und sehr gut nachvollziehen kann. Denn die größte Kritik, die ich an der ganzen Comicszene habe, ist, dass die meisten Veranstaltungen von der Comicszene für die Comicszene sind. Also sie werden nie so gestaltet, dass wer, der sich damit nicht auskennt, was damit anfangen könnte, wenn er auf die Webseite geht, einen Flyer sieht. Es ist nie so gestaltet wie, komm doch vorbei und du kannst dir was Neues kennenlernen. Sondern meist werden da Namen draufgeschrieben, die kennt man nicht, dann geht man da nicht hin. Und daher finde ich den Gedanken schon recht interessant zu sagen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist Mainstream? Ja, mit einem Fitzeck kann man bestimmt noch Leute da hinlocken. Es muss dann kein Batman sein. Aber zu sagen, was können wir denn machen, um das Meer zu öffnen, damit sich auch Leute für das Medium interessieren, die da noch nicht drin sind. Zwei Punkte, die ich gerne noch ergänzen würde. Das eine ist, manchmal hängen solche Themen, die der Salon abbildet, ja auch einfach davon, was für Gäste kommen. Da haben wir jetzt natürlich durch die Corona-Situation mit internationalen Reisen auch gewisse Schwierigkeiten. Also ich habe schon das Gefühl, dass weniger internationale Gäste, männlich und weiblich, da sind als in vergangenen Jahren. Und da dann vielleicht auch eben, wenn du halt einfach nicht den Batman-Zeichner aus den USA da hast, dann ist das Thema schon gleich kleiner. Dann wird das einfach nicht so groß gespielt. Und das, was so die Zugänglichkeit für einen außerhalb der Comicszene Publikum angeht, finde ich einen interessanten Punkt. Da ist natürlich dann auch irgendwann so die Frage, heißt das jetzt, dass ich alle zwei Jahre die Einführungsveranstaltung Comic machen muss? Oder ist man als Gesellschaft einfach irgendwann mal auf den Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss man vielleicht einfach auch mal sagen, die Leute haben doch jetzt halbwegs vielleicht mal verstanden, was ein Comic ist. Und jetzt gehen wir auch mal tiefer. Oder bildet das Gesamtprogramm es nicht vielleicht einfach doch ab? Also ich vermute, das stelle ich jetzt mal in den Raum, kein Mensch von euch, manche von euch sind ja auch das erste Mal da, waren noch jemals bei so einer Veranstaltung von der Gesellschaft für Comic-Forschung oder wissen überhaupt, dass das hier stattfindet. Das ist natürlich extrem, das ist akademisch. Das ist so das eine Ding. Also das ist wirklich so richtig Hardcore. Und dann gibt es aber halt dann auch so leicht oblerflächlichere Panels, wo es dann halt so ist, ja, ich habe mir jetzt nur zehn Minuten von den Fachmagazinen-Panels angeschaut, aber wo es halt wirklich mehr so basic mal drüber gesprochen wird, welche Magazine gibt es, was machen die und so. Das ist ja jetzt noch nicht besonders tief drin oder so. Aber klar ist es natürlich etwas, was Leute interessiert, die sich eh schon mit Comic beschäftigen. Also was glaubst du, was es da bräuchte? Bräuchte es wirklich so diese Veranstaltung, was ist ein Comic? Ich finde das ganz schön, weil ein Kumpel mit mir ist hier, der sich sonst gar nicht so sehr, also der liest mal einen Comic und ist da sonst nicht so drin und fand das eigentlich auch uninteressant. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich sage, da muss ein Seminar angeboten werden oder so, aber ein Thema schaffen oder es so interessant machen, dass die Leute in die Zelte kommen. Ich glaube, wenn du im Zelt bist, da durchgehst, dann blätterst du durch, dann nimmst du was mit. Ja, dann finden die Leute das auch interessant. Aber ich glaube, die Leute kommen aktuell gar nicht. Also vor vier Jahren hat das sehr, sehr gut funktioniert, wurde mir von Verlegern so gesagt. Also bei mir ist es meistens Zwerchfel, mit denen ich so rede, also Stefan Dinter, mit dem unterhalte ich mich dann immer jedes Mal, wie es so war. Und der hat mir dann eben vor vier Jahren gesagt, dass durch diese Verlegung von der Ladeshalle ins Zentrum der Stadt in die Zelte, er hat gesagt, er hat am ersten Tag so viele neue Gesichter gesehen, wie die ganzen letzten Jahre in der Ladeshalle nicht, weil da halt doch immer die gleichen sind, weil das Erlangen ist ja keine große Stadt. Nichts ist hier weit auseinander. Nichtsdestotrotz ist so die Ladeshalle so eben an dem einen Rand, wo das Laufpublikum sehr, sehr gering ist, wo man nicht hingeht, wenn man nicht gezielter hingeht. Und jetzt diese Zeltlöhung so mitten in der Stadt, wo einfach auch am Samstag, wenn die Leute einfach in der Stadt sind, sowieso vorbeikommen. Also dass da vor vier Jahren wirklich einfach viel, viel mehr Laufpublikum da war, auch für viel Umsatz gesorgt hat. Und das auch mit ein Grund war, warum das so gut auch in der Comicszene auch angenommen wurde, weil es eben auch von der Stadt wieder mehr quasi Feedback gab durch Bürger und Bürgerinnen, die einfach auf den Salon gegangen sind. Einfach nur, weil er da war. Wie das jetzt dieses Jahr ist, weiß ich noch nicht. Ob das auch wieder so wahrgenommen wird oder nicht, keine Ahnung. Oder ob die Leute vielleicht auch wegen Corona sich sagen, ich gehe jetzt nicht ins Zelt oder weil es wieder so gut ist, ich gehe eben doch lieber an den See. Ja, absolut gut. Ich finde, das ist ja auch die richtige Richtung. Aber ich glaube, in der Richtung kann man noch kritisieren, weil wenn man sich die Webseite und auch die Flyer anguckt, ist das, wenn man nicht bei Comic unterwegs ist, wenig aussagekräftig, was da passiert. Letztes Mal war Enrico Marini da mit seinem Batman. Das hätte man vielleicht mal irgendwo mehr thematisieren können. Ob es dann Asterix ist, ob es Schlümpfe sind. Lucky Luke ist ja die Sparung ganz groß. Genau, und auch Ralf König, der damit da ist. Und wenn man es noch ein bisschen mehr nach außen tragen würde und natürlich hat es dann wieder so einen Anstrich von der Comic Con und natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht nur in Popkultur abdriftet. Ich verstehe aber die Kritik, die da kommt und kann das gut nachvollziehen, dass das vielleicht noch ein bisschen was bringen würde, wenn man nicht nur für die Leute diese Veranstaltung macht, die sowieso kommen. Es ist halt die Frage, willst du es auffächern, wie du gerade sagst, willst du es auffächern in den vermeintlichen Anführungsstrichen Mainstream, dass noch mehr Leute kommen? Oder willst du es eher fachpublikumsmäßig halten? Keine Ahnung, das ist halt die Sache mit dieser Werbung. Aber ich finde, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich finde das Publikum hier eh sehr durchwachsen. Das war jetzt alles dabei, was ich gesehen habe. Und ich glaube nicht jeder war schon immer so ein Comickenner oder so, der jetzt gerade hier ist. Und das finde ich auch geil, dass sie es dann hier gemacht haben, dass du eben dieses Laufpublikum hast. Dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt eh schon einkaufen bin, ach komm, jetzt gucke ich da mal rein. Das interessiert mich jetzt doch mal. Ja, vor vier Jahren haben sie ja das eine Zelt auch gratis gemacht, spontan, eben so die kleine Halle, also die Comic-Solidarity-Halle, die stand letztes Mal da, wo jetzt Halle B steht, also C, also verrückt quasi. Und da haben sie am Tag vorher oder irgendwie so beschlossen, dass sie, das war damals eben das einzige Zelt im Schlossgarten. Das dritte Zelt war außerhalb vom Schlossgarten auch. Und da haben sie eben am Tag vorher beschlossen, das machen wir ohne Eintritt. Und das ist natürlich dann gerade für Laufpublikum, die sich am Wochenende eh durch den Schlossgarten flaniert. Das ist optimal. Und gerade eben auch für diese Kleinstaussteller und Ausstellerinnen natürlich super gewesen, weil da auch eben die Befürchtung war, dass die vielleicht ein bisschen verhungern quasi. Gut, haben sie jetzt aber dieses Jahr offensichtlich ja nicht wieder so gemacht. Aber es gibt ja andere Sachen, wie zum Beispiel in der Bibliothek ist ja unten die Liv Stolp-Quist-Ausstellung. Und da gehen, glaube ich, schon Leute rein, die gehen in die Bibliothek und dann gehen die in die Ausstellung und lernen das kennen. Und mir ist das ja auch immer total wichtig, immer darauf hinzuweisen, sind Comics irgendwie für Einsteigende oder nicht? Weil du musst es ja auch lesen können, ihr wisst das, nicht jeder kann das und nicht jede kann das. Das muss man lernen oder als Kind aufsaugen. Ja, und dadurch mischt sich das ja auch schon so ein bisschen. Das ist dann zum Beispiel auf so einer Buchmesse oder so ganz schön und wo sich das so vermischt. Also wo gleichzeitig ein Stand steht, wo irgendwie Romane verkauft oder vorgestellt werden und daneben steht Avant oder Edition Moderne. Und dann gibt es halt so einen Mix. Ja, das ist ein bisschen die Frage Nachwuchsverdauerung. Wie gewinnst du neue Lesende? Das ist ja ein zentrales Thema meines Erachtens zum Beispiel auf dem Salon, dass du eigentlich gucken musst, dass du neue Zielgruppen erschließt ein Stück weit. Und ich habe ja auch immer diesen Ansatz, den letztlich, warum ist der Nick, der Graphic Novel, Holger Klein, warum ist der so erfolgreich? Wie heißt der nicht Holger Klein? Holger Klein. Dankeschön, Leute. Holger Klein. Da klappt es nicht laut, ich hatte ihn im Gespräch, der ist super sympathisch. Warum funktioniert es so gut? Natürlich, weil er sich große Namen schnappt und Comics mit den Leuten macht. Autobiografien, erfolgreiche Namen aktuell, David Bowie und so. Und dann schenkst du halt dem David Bowie-Fan jetzt halt auch noch den Comic dazu. Immer in der Hoffnung, dass er den auch lest und nicht bloß in den Schrank stellt. Und dann hast du so diesen Einstieg auf der einen Seite. Ja, deswegen haben die Zweifeljungs meines Erachtens auch große Erfolge auf so Veranstaltungen wie Weekend of Hell oder so. Also so Horror-Events, weil die halt Horror-Dinge machen und halt eben ihren Comic dazu präsentieren. Also so Synergieeffekte sind zu nutzen, denke ich, wenn man neue Leute ansprechen möchte. Die Fitzeck-Idee ist genau das, ja, ist genau dieser Hintergrund. Und das ist der eine Punkt, denke ich, wo schon was passiert. Und der andere, das finde ich auch ganz toll, dass sie das hier machen. Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, mir das hier anzugucken. Die machen hier auch dieses Kinder-Comic-Festival, quasi ja parallel. Zam, bam, wham, irgendwie so heißt das. Und ich habe nur so von außen so ein bisschen reingucken können, aber es ist ein voll dickes Programm mit hochkarätigen Comic-KünstlerInnen, die ganz tolle Sachen machen und natürlich Workshops. Und du kannst einfach auch mal reingehen, ein bisschen ausruhen und was lesen. Und ich hoffe, dass das eine Erfolgsveranstaltung ist und ich würde mich auch freuen, wenn das irgendwie langfristige Wirken erfaltet. Weil du musst natürlich auch in jungen Jahren irgendwo anfangen, Menschen fürs Medium zu begeistern. Weil du hast verloren. Ich meine, das Medium-Comic steht unter einem unheimlich hohen Konkurrenzdruck. Ja, es gibt wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten. Und junge Menschen, brauche ich euch alles nicht erzählen, Crunchyroll ist auch geil. Und dann kann ich mir da halt Manga fix durchlesen. Und das ist dann hoffentlich irgendwann auch mal jemand, der dann zum Beispiel aber auch mal ein Reprodukt oder Avant-Comic in die Hand nimmt. All das sind so Gedankengänge. Ich hoffe, dass die es halt irgendwie erschaffen, neue Lesende zu gewinnen. Und sei es eben Laufkundschaft in Erlangen. Das sind Themen, die ich auch mal extrem spannend finde, die aber glaube ich auch immer aus einer in gewisser Weise eingeschränkten Perspektive kommen. Also wo wir dann wieder so in so eine Trennung auch irgendwie geraten. Was ist Comic? Weil der Manga hat da keine Probleme. Und aus den USA kriege ich auch immer, dass so Menschen wie Reynard Helgemeier, die so Smile und so gemacht hat, also New York Times Bestseller einer nach dem anderen. Und da gibt es so ein, zwei, drei Leute, die aber halt quasi so im Jugendbuch quasi funktionieren. Die Comic machen, der aber im Jugendbuch funktioniert und nicht im Comicmarkt. Und da ist dann immer so die Frage hier, die mir auch manchmal so aufkommt, ist so, wir so aus unserer Comicblase heraus, warum gibt es dann diese Trennung? Also warum wird das nicht genauso wahrgenommen? Warum wird das nicht genauso als Comic wahrgenommen? Mit Manga und Comic ja sowieso schon immer, aber dann eben auch so diese andere oder hier, ja, egal, vergessen. Alles, was halt so dann eher so ein bisschen mehr so im Jugendbuch steht dann und nicht im Comicregal. Warum wird das nicht genauso als Comic wahrgenommen? Und warum gibt es da keinen Übertrag so von den Lesenden, dass die sagen, ja, ich habe irgendwie Reynard Helgemeier gelesen und jetzt gucke ich mal im Comicladen, was es da irgendwie sonst noch gibt. Und zwischen Manga und Comic hin und her sowieso auch. Genauso, wenn ich immer höre, ja, im Deutschen kann man nicht vom Comiczeichnen lesen und dann lerne ich, es gibt deutsche Mangaka, die davon leben. Da habe ich noch nie davon gehört und dann hörst du einmal so einen Podcast an und dann stellst du fest, ach, die leben auch davon. Bei einem deutschen Comicverlag werden die dafür bezahlt, Comics zu zeichnen. Die tauchen aber in solchen Diskussionen nie auf, dass man in Deutschland vom Comiczeichnen nicht leben kann. Und das ist vielleicht so ein, das verstehe ich einfach noch nicht, so dieses. Warum diese Transferleistungen von auch so Medien, die eben erst mal vielleicht nicht sofort als Comic wahrgenommen werden, aber definitiv einer sind und die nicht dieses Nachwuchsproblem haben, sondern wo es halt wirklich, also Manga und so ja wirklich von klein aus anfängt. Aber das, was wir immer so als Comic bezeichnen, darüber redet, wir haben ein Nachwuchsproblem. Warum lesen Kinder keine Comics? Sie lesen halt andere Comics, die wir nicht wahrnehmen. Ganz genau. Ja. Ich bin relativ spät ja mit dazugekommen und versuche das jetzt rückblickend immer so ein bisschen zu analysieren. In die Comics hier meinst du? In die Comics hier, das sowieso. Hallo. Huck, huck. Ich nehme es so wahr, dass die Grenzen weicher werden mittlerweile, also dass die Übergänge auch weicher werden, bestimmt auch, weil so ein Cross-Cult dann ein Manga-Cult gründet und man auf derselben Seite unterwegs ist und auch mal über Manga stolpert. Ich selber versuche ja auch irgendwie so ein bisschen in die Welt reinzukommen, was mir manchmal schwierig fällt. Aber in der Retrospektive würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, es wurde hauptsächlich getrennt, weil es ein komplett unterschiedliches Publikum oft angesprochen hat am Anfang. Das ist auf der einen Seite eher Jugendliche, die sich dafür interessiert haben und wir hatten heute schon die alten weißen Männer mit ihren Listen, die waren irgendwie so auf der anderen Seite und die einen wollten die anderen vielleicht auf ihren Veranstaltungen nicht haben und ich glaube da ist so ein bisschen, also bei dem, was ich so höre und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich glaube da ist sehr früh eine Trennung angefangen. Weil man keine Veranstaltung machen konnte, die beiden gerecht wird. Und jetzt gerade habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, ich meine Crunchyroll sind hier, dieses Jahr hat man das schon gesagt, weniger Manga-Verlage. Gerade Altraverse musste ich auch vorher feststellen, sind gar nicht da. Ja, Tokio Pops sind ja auch nicht da. Ja stimmt, Tokio Pops sind auch nicht da, seitdem die ihre Comics-Schiene nicht weiter... Und ich weiß auch nicht, was Egmont und Carlsen an Manga-Programmen mitgebracht haben, weil das gab es eben auch schon unterschiedlich, ob die das überhaupt dabei haben oder nicht. Carlsen hat so eine Ecke. Und so ein paar haben es auch prominenter platziert, ein paar Verlage, aber ich habe also sehr subjektiv das Gefühl und auch wenn ich mir Blogs angucke, wenn ich mir Podcasts anhöre, die Grenzen werden weicher, zumindest auf der Seite und das eine fließt mal ins andere Meer mit rein, was mich sehr freut. Und löst es das Nachwuchsproblem? Oder gibt es das überhaupt? Ja, das ist die Frage, gell? Gibt es ein Nachwuchsproblem? Also lesen Kinder keine Comics? Lesen die nur Manga? Also wissen wir das? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Naja, also das ist schon auch immer so, dass wenn du dich über die Nachwuchs-Szene unterhältst, alles so relative Zahlen und Begriffe, dann fangen wir mal alle an, Manga auszuklammern, was natürlich ein absoluter Fehler ist. Ganz klar, da sind wir uns wohl einig. Und zum Beispiel im Gespräch mit der Katinka, die meinte auch dann irgendwie bei einem Talk, da kommt dann die 16-Jährige und legt halt ihre 150 Euro hin und nimmt ihre Lieblingsmangas allesamt mit. Da ist der Nachwuchs, da ist das Geld. Und das ist ja so mein Ansatz, da bin ich immer super provokativ, wenn ich das sage. Vielleicht ist der tote Baum zwischen zwei Hardcover-Deckeln einfach auch nicht die Zukunft des Comics. Aktuell ist das so, dass diese Premium-Bände allesamt funktionieren, dass diese für gewisse Kundschaften, die freuen sich, wenn Prinz Eisenherr in der 20. Auflage mit einem Goldeinband kommt. Das rechnet sich gerade einfach, das muss man mal so sagen. Nicht ohne Grund kommen diese ganzen Premium-Produkte ja auch bei Crosscut zum Beispiel raus. Das rechnet sich einfach für die. Auf der anderen Seite, ich kaufe mir die nicht. So, ich brauche den Prinz Eisenherz jetzt nicht. Ich will den Grund, den zu kennen überhaupt. Ich habe jetzt gerade auch andere Dinge zu lesen. Und vielleicht fehlt es da so ein bisschen auch an zum Beispiel dem Ansatz, okay, mal radikale These, ich werde mich alle hassen. Quatsch. Kann ein Comic, nicht ähnlich wie in Japan, ich enthalte jetzt ganz bewusst, der Manga, ein Einwegprodukt sein, billigst produziert, auf schnellste Art und Weise, lustiges Taschenbuch in schwarz-weiß, und zwar für alle Altersgruppen und nicht nur dämliche Funnies. Kann es nicht etwas sein, das mich drei Euro kostet und dann lasse ich es in der Bahn liegen? Muss ja auch nicht so dick sein, man kann ja auch klein anfangen, muss es immer hochwertigste Kunst sein. Und ich denke, das ist ein Fehler, dass diese Perspektive auf ein Medium, das wir natürlich alle lieben und schätzen, aber gleichzeitig auch vielleicht in ein Olymp heben, der dem Medium im Weg steht. Wir haben da bei den Cookies auch schon mal kurz drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr genau, was wir besprochen haben, Plenplenheft oder irgendwie sowas, wo ich dann auch gesagt habe, ebenso im Bahnhofshandel mitnehmen für die Bahnfahrt und vergessen ist es mir zu teuer. Wenn es dann drei Euro kosten würde, dann würde ich es machen, wenn es dann fünf oder sechs Euro kostet, mache ich es dann schon nicht mehr. Und hier dieses Goodboy-Magazin, das ich mal vorgestellt habe, irgendwie vor kurzem, halt ein amerikanisches Anthologieheft mit lauter Kurzgeschichten, ungefähr im Albumformat, auf Zeitungsparkier, 130, 140, 150 Seiten, kostet 10 Dollar. Sowas, wo es dann eben nicht weh tut, im Gegensatz zu hier Anthologie, auf dickerem Papier gedruckt, irgendwie für 30 Euro oder so, die ich dann eben nicht so schnell mal mitnehme. Haben die das nicht schon mal versucht? Gab es nicht mal Comics im Baumarkt oder so? War da nicht mal irgendwie was? Da war in der Sparkasse schon. Sparkasse halt. Oder war das? Es gab auch mal. Oder war das in den USA? Nee, das war schon in Deutschland. Meinst du das Walmart? Ja, kann sein. Das waren aber auch exklusiv produzierte Sachen, deswegen ist es überhaupt aufgefallen. Wir kriegen es bei uns bei Rewa auch, den Batman zu kaufen. So ist es nicht. Ja, das meine ich nicht. Da waren so exklusive Sachen. Und auch sehr günstig. Und es war wie so ein Gratis-Comic-Tag für einen kleinen Obolus. Das kenne ich jetzt nicht, aber es gab früher, da wo auch Uli Fiebeks Endzeit zuerst in Fortsetzung erschienen ist, auch so ein, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war eigentlich wie, war wirklich Zeitungspapier und auch so im Zeitungsformat, wo in Fortsetzung auch wirklich Originalgeschichten von deutschen Künstlern eben auch erschienen ist. Also da ist Endzeit zuerst in Fortsetzung da drin zum Beispiel erschienen und dann erst der Damp-Bandschwanz beim Schwarzen Turm und dann später noch der neue Band. Lag halt im Kombihandel aus. Ja, aber die Kultur gibt es hier nicht. Das stimmt. Genauso wie in der New York Times sind die Sachen auf der Bestsellerliste. Du hast es gerade schon gesagt, hier kannst du suchen, wenn sowas überhaupt mal besprochen wird. Und da verstehe ich natürlich total, dass die Kids in der Straßenbahn stehen, ihr Handy in der Hand haben und ihren Manga auf dem Handy lesen und kostenlos wohl gemerkt. Ich finde das sehr interessant. Also es ist ein sehr interessantes Thema, weil wir eben darüber sprechen, wie bringst du die Jugend mehr dazu, Comics zu lesen und dann stehst du da als Jugendlicher und ich kenne das jetzt von uns aus, gerade in der Cosplay-Szene, das sind viele jugendliche Schüler und so, die haben nicht viel Geld. Die drehen echt jeden Euro und die überlegen sich gut, was sie kaufen, wirklich. Und dann gehst du halt nicht hin und kaufst dir dann irgendwie so ein Hardcover für 30 Euro. Das machst du nicht. Das machst du echt nicht. Und da finde ich die Idee eigentlich schon geil, warum man da nicht auf den Zug aufsprengt. Ja, dann mach doch günstige Heftchen. Weil da bringst du die Leute vielleicht ran, die müssen nicht viel Geld ausgeben. Ja, und wenn du es mal vergisst, ja mei, dann hast du es halt vergessen oder du kannst es eben bloß einmal lesen. Doch, finde ich interessant, den Standpunkt finde ich echt gut, warum man das nicht macht. Ich glaube, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwer den Gedanken ja auch schon mal gehabt haben muss und das nur durchrechnet und dann irgendwie feststellt, ist es schwierig. Also ich weiß, also ich hoffe das, es muss nicht so sein, aber ich denke mir immer nur so, wenn wir darüber nachdenken, dann wird doch so ein Verlag da auch über sowas mal drüber nachdenken. Also ich weiß, eben hier mit diesen Hardcover und Sonderbänden und sowas, also das habe ich eben auch schon von Verlagen gehört, die dann gesagt haben, ich weiß ganz genau, von dem Band kann ich wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendeine Zahl, tausend Stück verkaufen. Ob ich die jetzt im Hardcover oder im Paperback mache, ich verkaufe beide Male tausend Stück davon, aber wenn ich es im Hardcover verkaufe, kann ich eine bessere Marge halt irgendwie dabei rausholen, mit den Druckkosten und sowas und dann mache ich halt die Hardcover-Ausgabe davon. Und bei so Verlagen wie Splitter, da hast du ja Autoren oder Künstler, die ja dann auch noch vorgeben, zum Teil, wie die im deutschen Markt ihre Sachen veröffentlicht haben wollen, oder nicht? Ja, das wäre auch mein Einwand gewesen. Ich habe mich da jetzt schon mit mehreren Verlagsleuten darüber unterhalten. Es gibt halt einfach Leute, die haben ganz krasse Vorstellungen davon, wie deren Comic zu veröffentlichen ist, auch auf einem anderen Markt. Also ich glaube, bei so deutschen Veröffentlichungen kann man sich dann vielleicht mit den Leuten absprechen. Aber gerade bei so Lizenzsachen, wenn du Lizenzen annimmst, da wird dir ganz klar gesagt, du einigst dich auf eine Auflage, du einigst dich auf ein Format, dir wird vorgegeben, meist was für Extras dabei sein müssen. Ich weiß, dass Panini ganz viel hadert, dass die Hardcover nicht bringen dürfen, bevor sie nicht im Originalen in Hardcover sind. Kommt ja auch regelmäßig Kritik. Warum ist die ganze Reihe im Hardcover, aber der letzte Band als Paperback? Weil es den im Englischen noch nicht in Hardcover gibt und dann dürfen die halt auch nicht. Aber kommt das von den KünstlerInnen oder von den Lizenzgebenden? Weißt du ja nicht. Also ich würde mal vermuten, bei sowas wie jetzt DC von Publisher. Da haben die Künstler ja in Amerika schon nichts zu sagen. Genau. Die sitzen ja in ihrem kleinen Gefängnis. Die liegen ja wahrscheinlich nicht mal was daran, wenn es hier eine Lizenz gibt. Aber es ist ein interessanter Punkt natürlich auch schon wieder. Wir hatten jetzt vorhin über den Nachwuchs der Lesenden gesprochen. Künstler und KünstlerInnen Nachwuchs, also deutsche Eigengewächse, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Warum lebt der deutsche Kombi-Markt so viel von Lizenzen und nicht zu einem höheren Anteil eben auch von Eigenproduktionen? Ich habe mich gestern durch Zufall mit einem Vertreter von Webtoon tatsächlich eben auch unterhalten und die sind jetzt gerade dabei, eine deutsche Plattform an den Start zu bringen, eben in dem Sinne, dass sie auch wirklich deutsche Eigenproduktionen machen. Die laufen jetzt gerade über den Salon und sprechen KünstlerInnen an und verteilen Visitenkarten, eben in der Hoffnung, da Menschen zu finden, die gewillt sind, unter den Bedingungen, wie auch immer die dann eben sind, wie so Netflix Originals quasi, eben Webtoon Originals konkret auf der deutschen Plattform in Deutsch erst mal zu machen. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin kein Digitalleser, weder irgendwie als PDF noch als Webtoon oder sonst irgendwas. Ich habe mir das alles angeguckt und mal so vereinzelt Sachen gelesen, aber es ist jetzt nicht so mein Lesefluss dabei. Aber ich finde es eine spannende Entwicklung und finde es spannend zu beobachten, wo das hingeht und ob das so funktioniert und da vielleicht auch eine gewisse Welle vielleicht entsteht oder eine weitere Möglichkeit entsteht, für deutsche KünstlerInnen auch wirklich Geld zu verdienen, dann eben über solche Plattformen. Du wolltest was sagen, Toni. Das wird schon weg. Bist du schon durch? So lange die Sicht da nicht ausnutzen lassen, das ist nämlich ein Problem, das wir tatsächlich vorhin sogar auf der Bühne hatten, wo ich explizit auch Webtoon und genau deren Beispiel mit den Menschen, der Originals sucht, man angesprochen hatte bei der Comic Solidarity in Korea, wo das herkommt. Es ist halt dann auch so, dass die einen wahnsinnigen Bringdruck haben. Die schließen den Vertrag und von nahezu unmenschlichsten Bedingungen in kürzer Zeit Dinge schaffen. Deswegen konkret da der Hinweis in dem Fall an die Art, es sich nicht ausnutzen zu lassen. Ich habe da, also dieses Gespräch kam gestern zustande. Ich stand bei Julia Beutling am Stand, die Being Monsters macht, Comic, den wir auch bei den Cookies besprochen haben. Ganz toll. und ich habe seinen Namen vergessen, der zeckte sich quasi so in das Gespräch, rein weil wir eben auch so eben über Verlage und was ich mit dem Comic vielleicht machen kann, so gesprochen haben und er gab sich dann nach einer Weile eben zu erkennen quasi eben, weil es dann so seine Wiese gehabt und zückte. Und Julia hat dann eben auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, was ihr braucht, weil ich höre immer nur, dass eben die Arbeitsbedingungen da sehr, sehr extrem sind. Und er sagte dann, und er kam irgendwie gerade aus Tokio zurück oder irgendwie so, und er meinte dann so, ja, ich habe immer gedacht, das ist hart, aber es ist härter. Also er hat es schon selber zugegeben. Also ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, wie man sich das eben so die Manga-Produktion in Japan vorstellt. Also wahrscheinlich ist es dann schon so nah an der Selbstaufgabe, aber vielleicht kann man damit Geld finden. Also auch ein Grund zu sagen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob das funktioniert. Aber wisst ihr, welchen Aspekt wir einfach grundsätzlich gerade mal komplett ausblenden, wenn es um die Frage geht, wie wir jetzt auch wirklich Kinder aktiv beim Comic-Glesen mal vielleicht unter die Lupe nehmen müssen? Das sind diese ganzen Magazine, die es zuhauf gibt für drei, vier, fünf Euro. Da sind natürlich vielleicht nur zehn, zwanzig Prozent überhaupt Comic drin, aber die gibt es zuhauf und die werden richtig viel gelesen und das sind diese Einweg-Produkte. Da ist natürlich noch eine Wundertitel mit dabei und irgendwie glitzert mich da ein Pferd und eine Baby Boxberg an. Okay, aber letztlich sind das Sachen, da ist auch Comic drin und das ist so ein bisschen das Ding, inwiefern ist der Comic hier eigentlich quasi Comic mit Gimmick oder ist der Comic das eigentliche Gimmick zu dem Spielzeug, das du da gerade kaufst. Und ich glaube, den Kioskmarkt und so, da gibt es bereits Einwegerfahrungen mit solchen Dingern. Ich meine, ich habe daheim jede Menge dieser Hefte liegen aus familiären Gründen und glaub mir, die halten keine zwei Wochen aus. Also es funktioniert in einem gewissen Rahmen und weil das sind meines Wissens sogar, ich glaube zum Beispiel bei diesen Duplo, es gibt Duplo Comics, das ist meines Wissens ein deutsch produziertes Produkt. Das tauchen deutsche Geschichten von deutschen KünstlerInnen auf und das Ganze funktioniert schon irgendwie. Menschen leben davon, dass sie das machen und ich meine, wir brauchen uns nicht über die Inhalte unterhalten, ich denke, da sind wir einfach nicht die Zielgruppe dazu, aber es gibt bereits Erfahrungen in dem Bereich und seien es jetzt eben Heftchen und so, da wäre halt die Frage, ob die sich auch verkaufen würden, wenn jetzt halt nicht der Glitzerstift dabei gewesen wäre. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, kaufst du es wegen dem Gimmick? Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das mal gehört habe, in irgendeinem Podcast, wahrscheinlich, da jetzt keiner nickt, wisst ihr, habt ihr es wahrscheinlich nicht gehört, das ging genau um diese Dinge und da hieß es, also vom Verlag, dass sich die Sachen über die Gimmicks verkaufen und dass die Comics weggeschmissen werden, muss man leider so sagen, also größtenteils, wahrscheinlich nicht alle, aber das ist nicht interessant. Die kaufen für drei, vier, fünf Euro, was auch immer, dieses Heft, Lego oder was es da alles gibt, dann wird damit gespielt und vielleicht wird noch der Comic gelesen, aber größtenteils ist es wohl und es kann sogar sein, dass das von Panini jemand war, dass die Sachen hinterher weggehen. Also Andi, du hast selber welche zu Hause, wie ist deine Erfahrung? Ganz genau so, das ist Blue Ocean, heißt der Verlag, der in Deutschland, glaube ich, Marktführer ist und die machen da ganz schön viel und das Ganze ist, ja, also genau so, das ist auch qualitativ so, aber das ist ja jetzt kein Vorwurf, den wir gerade vorbereiten, das ist eine Feststellung, die wir gar nicht schlecht finden, weil es scheinbar dafür sorgt, dass Blue Ocean auch irgendwie existieren kann und das ist ja das, was wir letztlich wollen, dass Menschen in irgendeiner Form davon leben können, also es ist ein Ansatz, das wird jetzt der Indie-Artist-Künstlerin hier, Halle C, vielleicht nicht unbedingt zu helfen, wenn sie jetzt einen Duplo-Comic machen müsste, aber es gibt schon Möglichkeiten, und das, aber da kommen wir gerade wieder vom Hundertste ins Tausendste, es gibt ja auch aktuell gerade politische Bestrebungen, den Comic zu fördern, ich will es einfach mal aus grundsätzlichen Erwägungen heraus genannt haben, ich rede nicht davon, dass dein Ministerpräsident herkommt, mein Ministerpräsident, ich rede davon, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung das Wort Comic aufgetaucht ist, tatsächlich, da steht plötzlich drin, wir machen Kulturforderungen von Zitat, Comic bis Klassik, was auch immer das bedeutet, ob die Zusammenhänge, ob das ein Gegeneinander ausspielen ist und so ist es auch ein bisschen komplizierter so zu formulieren, aber es steht drin und es gibt Bestrebungen, den Comic schriftlich nachweisbar in irgendeiner Form zu fördern und da glaube ich, das ist mein persönliches Thema, auch gerade in den Talks, Interviews, die ich führe, ob da noch, also was jetzt da so die Richtung ist, müssen steuerliche Anreise sein, dieses Webtoon-Ding nämlich, das ist der spannende Punkt, weil das war die Reaktion darauf, warum ist denn Webtoon so ein Megamarktführer in Korea, warum ist denn das so erfolgreich, da wollen die vom koreanischen Kultusministerium gefördert werden und zwar auf Vollgas, das war eine Kampagne, die die gestartet haben und also laut YFJ wird das aktuell immer noch gemacht, ich war mir nicht klar, ob das nur eine Startanschubhilfe war oder laufend Unterstützung da stattfindet für Webtoons, aber da gibt es eine staatliche Förderung des Mediums. Und der Schweiß ja zum Beispiel auch, also guck mal in die Edition Modern ins Impressum, da steht es ganz oft drin, gefördert durch und ich weiß jetzt leider nicht, wer das da genau ist, Kulturwerk oder so, das ist Fakt. Es gab ja, gab oder gibt, Tag weiß ich jetzt nicht, sogar ein Panel-Ding, wie ich Verförderungsdinger irgendwie nutzen kann, ich glaube ich öfter komme ich zur Tribüne gestern oder sowas, gab es irgendwie so ein Gespräch, vielleicht. Ja so Fördertöpfe für autobiografische Comics, vielleicht von dieser Frühbeis oder so. Ja auf jeden Fall, die modellieren alle geilen drei Panels da. Ja genau, also genau eben sowas wie, wie komme ich durchs Leben, indem ich Fördertöpfe nutze, irgendwie sowieso ganz grob gesagt und wie du es gerade von der Schweiz berichtet hast, gibt es natürlich auch in Deutschland teilweise in Comics, wo es dann immer heißt, irgendwie mit Bezuschussung durch irgendein Kultusministerium oder irgendwie sonst irgendwas. Ja, ich finde es auch mal, das ist immer so eine Sache, also einerseits finde ich es natürlich gut, alles was irgendwie Förderung für das Medium ist, andererseits ist es dann aber auch im Umkehrschluss immer so, okay das Medium kann sich also nicht alleine tragen, das ist so wie Theater irgendwie, auch so Theater muss subventioniert werden, weil nicht genug Leute reingehen, dass wenn die Karte irgendwie für 12 Euro verkaufen kann, man müsste für 100 Euro verkaufen oder so, was dann irgendwie auch immer schade ist und auch irgendwie sagt, okay es krankt also irgendwo anders ja, also wenn der Staat es subventionieren muss, dann, ich möchte natürlich nicht, dass es wegstirbt, also ich bin ja froh, dass es subventioniert wird dann in dem Moment, aber also vielleicht braucht es irgendwie einfach noch eine größere Anschubförderung oder so, ich habe keine Ahnung. Das ist halt immer so, ich weiß auch nicht, schwierig, ich finde es schwierig, weil man sagt ja auch immer so oft so Comic und so, das ist ja immer so die Nische, so ein Nischen-Sparten-Ding irgendwie, keine Ahnung. Das ist kein Massenmedium mehr, davon bin ich überzeugt. Was heißt denn mehr? Es war in den 60ern so, dass es diese Hefte kriegst du bis heute vor allem auch hinterher geschmissen, dass die im großen Stil gedruckt wurden. Das ist vorbei. 50er, 60er Jahre, das stimmt schon. Meine Mutter hat auch noch die Sigurd-Hefte aus ihrer Kindheit. Sigurd, ja, oder solche Geschichten oder hier Eisenherz, keine Ahnung, wenn es mit einer gewissen Sparte von Leuten spricht, das ist immer alles Eisenherz, Sigurd und sowas, das kennen die alles, das gab es massig. Ja und, was wollte ich jetzt? Wow, Sigurd und Eisenherz. Ich weiß es nicht und ich wollte was anschließend sagen und habe es auch vergessen. Es ist schon noch ganz schön warm hier drin. Achso, ich weiß es wieder. Vom Massenmedium zur Nische halt, ja und das ist halt eben, genau, und beim Subventionieren, wenn wir es sind und da ist halt dann die Frage, ist man sich bewusst, wie groß, oder wissen wir, wie groß das Medium eigentlich ist? Wie groß wird es wahrgenommen? Das ist so die, weißt du, ich kann das auch schlecht einschätzen, dass ich sage, okay, ja, wir sind alles Comicleser, und die Comicleser sind ja dann nicht wieder die Romanleser halt, das ist ja auch schon wieder eine komplett andere Nummer und wie ich auf dem Buchmesse in Frankfurt war, habe ich gedacht, ja okay, die Romanleser, das ist ja nochmal eine ganz andere Sparte an Menschen halt. Das stimmt nicht, so sitzt neben jemanden, die beides liest. Es gibt Überschneidungen, aber an sich, also für das Beispiel, ich habe, es ist schon Jahre her, hat Fred Vargas, französische Krimi-Autorin meines Wissens, einen neuen Band angekündigt, den konnte man dann auf Amazon auch vorbestellen, das haben viele Menschen gemacht, die ihn dann ungelesen zurückgeschickt haben, weil sie festgestellt haben, dass der neue Band ein Comic war und dass ein Comic dann irgendwie für 30 Euro oder was auch immer war, dass das eine scheiß Frechheit ist und das ist ein Stern auf Amazon ungelesen zurück, wo ich dann gedacht habe, okay, du hast ihn nicht gelesen, aber du hast ihn kritisiert. Also nicht jeder, nicht alle Romanlesenden mögen auch einen Comic. Und da kommen wir dann am Ende auch wieder so auf die Geschichte, sind Comics nur für Kinder? Weißt du, das ist ja wieder die Geschichte. Auf der einen Seite, jetzt erzählen wir jetzt gerade, wir wissen nicht, wie es mit der Jugend so ist, keine Ahnung, auf der anderen Seite, wenn es dann sowas wird, dann sagst du, ja, Comics sind ja nur für Kinder oder sowas, also irgendwo, ja, keine Ahnung, irgendwo beißt dir da was. Was wolltest du noch anschließen? Weil wir über Förderung und so gesprochen haben und im Grunde, das, was wir hier machen oder wie auch in unseren eigenen Casts machen, Blogs und so weiter, YouTube, wo auch immer, das ist doch auch eine Art Support. Sichtbarkeit. Genau. Wir tun ja ganz viel dafür und wir kriegen es ja auch gespiegelt von den Verlagen. Wenn wir jetzt da hingehen, anstatt, ah, toll, dass du da bist und was du machst und du replizierst unsere Dinge und du hältst sie in die Kameraden, so profan es manchmal einfach ist, aber es generiert auch, auch neues Publikum. Das mag jetzt nicht in großen Zahlen sein, wie wenn mal was in der FAZ oder beim Deutschlandfunk oder so besprochen wird, aber trotzdem, also mir geht das durchaus so, dass man Feedback bekommt, ja, ich habe jetzt das und das bei dir gesehen, finde ich interessant, vielleicht traue ich mich jetzt mal oder was würdest du empfehlen? Ich habe mich noch nicht so, ich weiß noch nicht so richtig damit umzugehen, was könnte ich mal zum Einstieg lesen? Das haben wir auch sehr oft unter den Videos immer gehabt. Genau, und wir kriegen ja auch kein Geld. Cool, dass ihr das zeigt und sowas, den kaufe ich mir jetzt, den Comic. Oder cool, dass ihr drüber gesprochen habt. Also jetzt kaufe ich ihn mir jetzt. Das gefällt mir, was ich da gesehen und gehört habe von euch. Euch vertraue ich so weit, dass ich mir den jetzt auch kaufe. Und wir kriegen, das wollte ich noch ergänzen, wir kriegen ja auch keine, nichts ab aus diesem Fördertopf. Und ich glaube, wir leisten aber eine ganze Menge. Das sollten wir uns durchaus bewusst machen. Weil die Frage, wir werden ja auch wahrscheinlich hauptsächlich in der Comicszene wahrgenommen und wenig darüber hinaus, vermute ich. Aber vor ein paar Jahren gab es doch mal diese Initiative mit diesem Read a Comic in Public Day. Gibt es jedes Jahr. Ist es immer noch? Ja. Aber ich weiß nicht, als es neu war, war es so ein bisschen so. Ich feier das immer. Aber das, vielleicht muss man auch wirklich mehr Comics in der Öffentlichkeit einfach lesen und rumzeigen. Immer einen unterm Arm haben, egal ob man ihn gerade liest oder nicht. Einfach nur damit Menschen ihn beziehen. Ja, ich meine, wir lachen halt so ein bisschen und so, aber so in Japan und sowas, das ist ja ganz normal halt. Die lesen ihre Mangas überall. Ich habe letztens erst eine Doku gesehen, die hieß Popkultur Japan, ARD Mediathek. Ja, da ist das gang und gäbe. Die hocken da in der U-Bahn, keine Ahnung, stehen rum und jeder hat einen Manga in der Hand und liest halt. Und da sind das aber halt auch ruhig diese billigen Anthologien auf Zeitungspapier. Also die sind halt so dick, irgendwie so Telefonbuch dick, kriegst du in jedem Supermarkt. Es gibt ja in jeder Ecke drei Seven-Elevens und vier Family-Marts irgendwie so und jeder dieser Markte hat irgendwie ein Regal, wo diese ganzen Mangas halt auch irgendwie drin sind. Das gab es ja hier auch mal, war das nicht diese Daisuki-Magazine? Ich weiß nicht, ob der Name richtig ist. Und das gibt es aber nicht mehr. Da waren immer so kurze Storys, die dann immer weiter fortgeführt wurden, so wie ein Zack. Genau. Aber als Manga. Und die waren ganz günstig, fünf Euro, glaube ich, so ein fettes Teil. Gibt es nicht mehr. Bei den aktuellen Papierpreisen vermutlich auch schwierig zu realisieren. Aber schon länger nicht mehr. Also bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr. Ja, muss man auch sagen, digital hat es auch nicht ersetzt. Also es ist nicht so, dass es... Da war das Geschrei groß mit Corona. Jetzt stammten sie alle Verlage ein. Alle sterben. Das war ganz schlimm. Überall jeder hat geweint. Ja. Nee. Also ist das der Ansatz? Wir machen jetzt billige Comics und retten sie damit. Richtig? Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Ja, aber sag mal, ist das auch so eine Kulturgeschichte, oder nicht? Klar. Ich weiß nicht, kulturell, Deutschland ist da eh hinterher. Ich meine, durch Ereignisse, die wir alle kennen, dass wir comicmäßig eh nicht so am Start sind wie andere Länder. Ja, ich meine, guck mal raus, wer liest denn auf freier Wildbahn draußen einen Comic? Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Ja, jetzt die Hand, ja, genau. Ja, aber du hockst da haben wir in deiner Hängematten. Aber ich lese auch beim Arzt, wenn ich im Wartezimmer sitze, einen Comic. Dann bist du aber einer der wenigen halt, ne? Nee, aber das stimmt schon, klar, wie es ja mit allen kulturellen Sachen wie mir ist, da muss man ja wirklich so sich Jahrhunderte anschauen um sich so eine Entwicklung und nicht so, warum funktioniert es denn in Frankreich und bei uns nicht? Ja, weil halt, ne? Ich hab da auch immer was gelesen, dass das auch was mit dem Protestantismus in Deutschland zu tun hat und dem Bilderverbot irgendwie in Deutschland und so und dass das quasi die Bilderzählung deswegen einen viel späteren Start hat, weil generell Bilderverbot und so, bla bla bla. Superspannend, sowas zu durchdenken, aber kurzfristige Lösungen gibt es für sowas dann eben auch einfach nicht. Also das, wie mit allen Fortschritten, in Anführungsstrichen, das braucht Generationen. Das braucht Zeit, ja. Ja, aber steht da Tropfen, höhlt den Stein. Also zu sagen nur, ja, nee, ich kann ja eh nichts bewegen, stimmt ja nicht. Stimmt nicht, ne? Also kann man trotzdem machen und wenn man dann nicht gleich zehn Leute um sich hat, die sagen, hey, cool, du liest einen Comic, was ist denn das? Dann trotzdem weitermachen. Vermute mal nahezu jeder an diesem Tisch, wenn vielleicht wirklich jede Person an diesem Tisch, verschenkt einfach auch mal Comics zu Geburtstagen oder so an Menschen, die jetzt nicht zwingend ständig im Comicladen sind. Also einfach so, ne? Ja, alle nicken. Naja, ich bin allerdings da ambivalent unterwegs. Also wenn ich weiß, das könnte funktionieren, ja. Ja, klar. Aber wenn ich unsicher bin, dann mache ich es nicht, weil das ist irgendwie dann auch Verschwendung. Ja, ja, nee, nee, schon. Aber ich gebe zum Beispiel meiner Mutter, die ist über 70, immer einen Comic, wenn sie zu mir zu Besuch kommt. Sie kann die lesen, weil sie Siegurt und so gelesen hat. Und sie freut sich immer und liest sich sehr divers durch meine Regale. Ich meinte jetzt auch nicht wirklich einfach jeder Person mal einen Comic in die Hand drücken, aber ich kenne ja zum Beispiel auch Leute, von denen ich weiß, die lesen gern mal einen Comic, sie kaufen sich nur selber keine. Und da dann immer ab und zu mal wieder einen hinlegen. Und dann kommt auch mal wieder ein bisschen Interesse und dann schauen sie vielleicht auch mal selber wieder nach einem oder so. Liebe Leute, du brichst ab, ja. Ich breche hier gar nichts ab. Ich dachte mir einfach, dass wir unser Publikum einladen möchten, vielleicht auch in die jeweiligen Podcasts, die heute vertreten gewesen sind, auch noch mal aktiv reinzuhören. Wenn ihr noch nicht die Gelegenheit gehabt habt, bei den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier in der Runde dabei waren, einfach mal reinzulauschen, weil die euch voll fixiert haben auf euren, nutzt man die Gelegenheit, auch bei den anderen Leuten mit reinzuhören. Ist ja so ein bisschen auch ein Crossover und ich kann euch sagen, hier sitzt nur geiler Scheiß am Tisch. So viel Erfahrung habe ich als Kulturer schon gesammelt. Ich weiß nicht, ob mir jetzt einfach vielleicht doch hier dann nochmal so ein Tschüss ins Mikro sabbert und dann hätten wir es vielleicht vorhin auch gepackt, weil es ist schon warm und zwei Stunden sind rum. Wir können ja nicht alle vier und halb Stunden Podcast machen. Ja, zahmai. Jeder kann was. So, Andi, jetzt ist er gekommen. Der Abschied. Deine letzten Worte. Ich habe schon eine Träne auf der Wange. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ein sehr schöner Austausch. Ein recht langer Austausch, den mir aber sehr kurzweilig vorkam. Und wir hören uns bestimmt mal irgendwann wieder. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ciao. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, dass du das alles so geil organisiert hast. Also wirklich toll. und habe mich auch sehr gefreut, euch alle kennenzulernen nochmal. Und ja, hört geile Podcasts. Welche überlasse ich euch? Ja, danke, Andi in Tele, Andi. Und ihr alle, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich durfte neben Flo sitzen und Podcast aufnehmen. Das ist alles so surreal. Sie ist ganz warm geworden. Mir ist ganz warm geworden. Hat nichts mit den Temperaturen zu tun. Nein, super, danke. Und machen wir wieder, oder? Also ich hätte Bock. Ja, hätte ich auch. Ich wollte auch sagen, es freut mich auch sehr, dass das wirklich auch mittlerweile quasi von problemlos funktioniert, dass Comic-Podcasts sich untereinander vernetzt haben und man dann sagen kann, Erlangen, treffen wir uns alle. Und das klappt irgendwie auch alles. Am Anfang musste man immer erstmal alle anschreiben und man kannte sich nicht gegenseitig, sondern einfach nur so, okay, dann treffen wir uns halt mal. Von daher, ja, vielen Dank Andi fürs Organisieren. Vielen Dank an alle anderen in der Runde auch fürs Kommen und Mitmachen. Wir haben jetzt wieder große Freude gemacht und ich wäre natürlich auch wieder mit dabei. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn auch bis zum nächsten Mal neue Menschen wieder mit dazukommen und Podcasts machen und sich hier mal mit in die Runde setzen. Viel Bewegung in der Comic-Podcast-Welt, in der deutschsprachigen. Und vielleicht schaffen wir es ja, das traditionelle Podcast-Treffen beim internationalen Comic-Salon Erlangen irgendwann auch mal offiziell öffentlich auf einer Bühne zu machen. Weil das war eine spannende Frage. Oh, für nötig denn das jetzt eigentlich stattfeuertreffen? Ja, könnte ich dir sagen, aber darfst eh nicht rein. Ist egal. Leute, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.